Der kleine Ort Steinbach lag idyllisch in einer Talmolde, umgeben von imposanten Gebirgsmassiven im Werdenfelsener Land, etwa zehn Kilometer von Garmisch-Partenkirchen entfernt. Folgte man dem schmalen Band der Landstraße, dann öffnete sich die Landschaft zwischen den Bergriesen zu einem lieblichen Tal. Dieses Tal war im Norden und Süden von Gebirge geschützt und erstreckte sich im Osten und Westen in sanften Hügeln. In westlicher Richtung führte die Straßen nach Garmisch, dem Ziel für unzählige Touristen. Nach Osten hin fand sich auf einer langgestreckten Hochebene der Alpsee. Weil er auf einer Höhe von über 900 Metern lag, war er immer so kalt, dass man nicht drin baden konnte. Trotzdem machte ihn seine klare grüne Oberfläche immer wieder Anziehungspunkt für Wanderer, die die Natur in den Bergen zu schätzen wussten. Im Norden erstreckte sich eine mächtige Gebirgsgruppe, deren höchste Erhebung die Zugspitze war. Aber auch die anderen Blickfänger, Alpspitze und Dreitorspitze, waren von beeindruckender Majestät. Der graue, von ungezählten Zeiten verwitterte Stein wurde von mächtigen Schneefeldern gekrönt. Und ganz oben nisteten die Bergadler. Ließ man sich mit der Seilbahn zum Zugspitzen-Aussichtspunkt fahren, so konnte man diese imposanten Tiere recht häufig beobachten. Der Krammkopf erhob sich auf einer Höhe von knapp 2000 Metern und war sozusagen der Nachbar der Zugspitze. Denn er schloss im Süden das Steinbachtal vom rauen Wetter ab. Durch diese Lage begünstigt hatte sich eine lange landwirtschaftliche Tradition in dem kleinen Dorf gebildet. Heute aber gab es kaum noch Vollerwerber. Die meisten Einwohner des Fleckens lebten vom einträglichen Geschäft des Tourismus. Steinbach war ein kleines, aber feines Skizentrum geworden. Der Bürgermeister Ederer hatte darauf geachtet, dass die schöne Landschaft, die das Kapital der Region war, nicht durch zu viele Lifte und Hotels zerstört wurde. Es gab ein halbes Dutzend Hotels und Pensionen, die sich im Baustil der Region anpassten. Hässliche Touristenhochburgen suchte man vergebens. Die Steinbacher hatten im Laufe der Zeit gelernt, mit den Fremden zu leben, die im Winter in ihr kleines Dorf kamen. Im Sommer aber war Steinbach den Einheimischen vorbehalten. Während der Touristenstrom im benachbarten Garmisch das ganze Jahr überfloss, gab es in Steinbach nur selten Sommergäste. Übers Wochenende kamen öfter Ausflügler und die geführten Wanderungen, bei denen man Flora und Fauna beobachten, aber nicht stören durfte, waren mehr ein Geheimtipp für wenige. Jetzt, Ende Mai, waren die Dörfler ganz unter sich. Kein einziger Logikast hatte sich in einem der Hotels eingemietet und dem Hinterleitner Anton, der das größte Haus am Platz hatte, war das gar nicht recht. Der Hinterleitner war ein echtes Schlitzohr und er war nur glücklich, wenn er einen schönen Gewinn einstreichen konnte und seine Geschäfte auf vollen Touren liefen. Der Hotelier war Anfang der 50, ein gestandenes Mannsbild mit dichtem grauen Haar und einem gepflegten Schnauz. Seine Frau war vor einigen Jahren gestorben und seit die Elphi, seine einzige Tochter, die Hotelfachschule abgeschlossen hatte, ging sie dem Vater zur Hand. Der Hinterleitner war sehr zufrieden mit dem tüchtigen Madl. »Ach stille ist es wie auf dem Totenocker«, seufzte der Hinterleitner gerade, als die Elphi aus dem Hause trat. Der Alte hatte sich in seinem Biergarten auf einem bequemen Stuhl niedergelassen und ließ den Blick träge über den sonnenbeschienen Marktplatz von Steinbach schweifen. Es war um die Mittagsstunde und niemand ließ sich auf der Straße sehen. Nach dem Mittagsmahl wurde noch die Ruhe eingehalten, die man früher für die anstrengende Feldarbeit gebraucht hatte. Traditionen hielten sich lange im Steinbachtal. Die Elphi, ein blitzsauberes Madl von 19 Jahren mit glänzendem dunkelbraunem Haar und ausdrucksvollen grauen Augen, setzte sich neben den Vater und meinte, »Seid doch froh, dass es bei uns so schön still ist. Wenn's Trubel brauchst, da fahr halt noch gar nicht. Da weißt du für Menschen nimmer, wo dir der Kopf steht.« Der Hinterleitner lachte gutmütig, strich der Elphi übers glänzende Haar und wollte wissen, »Ja, kommt der Toni nachher noch vorbei. Ich würd' dir einmal wieder Karten klopfen.« »Der Toni kommt, um mich abzuholen. Wir wollen noch durch den Forst spazieren.« Sie warf ihrem Vater einen strengen Blick zu, »dass du ihn mir nicht wieder zum Spielen verführst. Nachher nimmst du ihm so ganzes Geld ab.« Bei dieser Vorstellung lachte der Hinterleitner wieder, »Ja, verführen, das tust doch du in er.« Die Elphi wurde ein wenig rot und stand entschlossen auf. »Vater, was du immer denkst.« Sie wollte eben wieder ins Haus, als der Vater sie bat, ihm noch eine kühle Maß zu bringen. Es war ein sehr warmer Tag und man spürte nun schon, dass es einen langen und trockenen Sommer geben würde in diesem Jahr. Das Madl verschwand im Haus und als es wenig später mit einem Tablett wieder nach draußen trat, standen darauf zwei Maßkrüge. Der Vater hatte nämlich Gesellschaft bekommen. Sein alter Spätzl, Ederer, saß neben ihm am Tisch. Der Bürgermeister war ein gemütlicher Mensch und er liebte die leiblichen Genüsse des Lebens über alles. Als die Elphi eine Maß vor ihm hinstellte, machte er ein Gesicht wie Weihnachten und seufzte aus tiefstem Herzen, »Ja, so ein Madl lob ich mir. Ma Gertraud, die verbietet mir immer alles. Am liebsten sähe ich es, wenn ich Möhrensaft trinken, Dad.« »Ja, mei, du musst halt mal mit der Faust auf den Tisch schlagen,« riet der Hinterleitner seinem alten Spätzl. »Ja, die Gertraud hat ihren Kopf. Was willst machen?« Er signierte eine Weile über seine Worte nach und sprach dann den Anton wieder an. »Eigentlich bin ich ja wegen etwas anderem gekommen. Ich hätte vielleicht ein Logis-Gast für dich.« Der Hinterleitner spitzte die Ohren. Wenn es ums Geschäft ging, da war er wach. »Um wen handelt es sich denn?« »Ja, das ist eine recht merkwürdige Sache. Ich hatte eben nämlich einen Anruf aus München. Ein Karl Müller hat nachgefragt, ob es bei uns auch Logis im Sommer gäbe. Ich habe gesagt, ja, und er meinte, es müsste etwas ganz Verschwiegenes sein. Am besten wäre auf der Alm. Tja, und der ist mir ja gleich da Hüten eingefallen.« Der Hinterleitner nickte langsam, holte sein Pfeiferl aus dem Beutel und füllte es mit Tabak. »Wie lang wird denn der Gast denn bleiben?« Der Äderer kratzte sich nachdenklich das Kind. »Den ganzen Sommer über? Irgendwie fand ich das Ganze doch recht merkwürdig.« Sein Spitzel schaute ihn fragend an. »Wieso denn das?« »Na, dass einer den ganzen Sommer über bleibt und nicht einmal im Hotel wohnen will, sondern ganz fort von den Menschen auf einem Alm. Meinst du nicht, dass es da einen Haken gibt bei der Sache?« Der Hinterleitner konnte daran nichts Anschlüssiges finden. Für ihn zählte nur der Gewinn. »Es wird halt ein gestresster Städter sein, der so Ruh braucht. Ich danke dir recht schön für die Vermittlung, Johann. Hast du was gut bei mir?« Er hob sein Maß und beide stießen an. Der Wagner Toni war seit drei Jahren Revierförster im Steinbachtal. Er war ein Kind der Berge, liebte es in der freien Natur zu sein und verbrachte den größten Teil des Jahres im Forst. Er war ein fescher Bursch, der Toni. Hochgewachsen, sportliche Statur, mit blondem Haar und himmelblauen Augen. Die Madeln im Steinbach flirteten mit dem feschen Förster, wann immer sich eine Gelegenheit dazu bot. Aber Tonis Herz gehörte nur einer, der Hinterleitner Elfi. Vor über einem Jahr hatten die beiden sich auf dem Kirchweihfest beim Tanzen verliebt und waren seither unzertrennlich. Der Toni war ein ernster Bursch, der nicht leichtfertig mit den Gefühlen spielte und seine Zuneigung zur Elfi war tief und aufrichtig. Das temperamentvolle Madel hatte sein Herz gestohlen und gab es nicht mehr her, denn auch die Elfi mochte den Toni sehr. Die beiden hatten vom ersten Moment an gewusst, dass sie zueinander gehörten. Zwar hatte es noch keine offizielle Verlobungsfeier gegeben, aber die Elfi trug den schmalen Rubinenring, den ihr der Toni an den Finger gesteckt hatte, bereits ganz offen. Alle sollten sehen, dass die beiden zusammengehörten. Und es gab keinen, der etwas dagegen gehabt hätte, außer eben den anderen Madeln in Steinbach, die den Toni gerne für sich interessiert hätten. An diesem sonnigen Maitag hatte der Toni eine Fichtenneupflanzung kontrolliert und festgestellt, dass die jungen Bäume sich gut entwickelten. Das war eine positive Entwicklung. In den letzten Jahren waren durch den Skitourismus und die Umweltverschmutzung viele geschlossene Forstbestände dezimiert worden. Umso wichtiger war die Nachzucht. Von ihren Gelingen hing es ab, ob der Wald sich von seinen Schäden erholen konnte. Guter Dinge brachte Toni am Nachmittag zum Dorf auf, um die Elfi abzuholen. Sie wollten an diesem Tag noch zum Alpsee wandern, denn an einer geschützten Stelle blühte dort schon der Enzian. Die Elfi wollte es sich nicht entgehen lassen, die schönen Blüten zu bewundern. Als der junge Förster die Hotelhalle betrat, fand er den Hinterleitner hinter der Empfangstheke. Er war damit beschäftigt, Gehaltsabrechnungen zu schreiben. Eine Arbeit, die dem Hotelier nicht sehr lag, denn jedes Blatt Papier bedeutete ja eine Ausgabe. Der Toni grüßte freundlich und erkundigte sich nach der Elfi. Sie wird gleich da sein, sagte der Anton griesgrämig. Sie will sich halt noch ein bisschen hübsch machen. Toni zog sich einen Stuhl herbei und sässte sich. Wieso machst du die Arbeit nicht in dein Büro? Wir haben die Maler hier. Es ist ein Kreuz, bis du die wieder los wirst. Er ließ den Stift sinken und erklärte. Erst hast du auch Nerven auf reinem Kampf, dass du die Hand weg ins Haus kriegst und dann wirst du nimmer los. Der Toni lachte, aber sein Gegenüber winkte ab. Du hast gut lachen, aber du wirst es noch erleben. Das glaub ich kaum. Ich bin handwirklich begabt und kann alles selbst machen. Und so viel fällt nicht an im Forsthaus. Ist halt russikal gebaut. Der Hinterleitner bot dem Toni einen Enzian an, doch dieser lehnte ab. Nachdem der Hotelier seinen Stammperl gelehrt hatte, meinte er, dass du nicht trinkst, das macht mich stupzig, Toni. Bist vielleicht ein Engel. Das freu ich nicht. Lies sich da die Elfi von der Tür zur Privatwohnung her vernehmen. Der Toni blickte zu ihr hinüber und konnte kaum fortschauen, als sie auf ihn zukam. Ja, wunderhübsch siehst aus, Schatzherr. Er wollte ihr gleich einen Bushere geben, aber die Elfi wehrte ab, was den Hinterleitner zum Schmunzeln brachte. Und die Elfi lächelte und hakte sich beim Toni unter. Komm, lass uns gehen, Toni. Der Vater nepp mich schon den ganzen Tag. Damit machten sie sich auf den Weg. Das junge Paar ließ den Ort hinter sich und wandte sich nach Osten, wo ein befestigter Wanderweg in stetiger Steigung zum Alpsee führte. Es war schon spät am Nachmittag. Der Abend kündigte sich mit dem melancholischen Gesang einer Amsel an. Sonst war es ganz still und friedlich. Die Elfi warf dem Toni einen kurzen Blieb zu, lächelte verschmilzt, wobei sich lustige Grübchen an ihren Wangen zeigten und meinte, Jetzt kannst du mir schon Alpusserl geben, Toni. Jetzt sind wir allein. Das ließ der Toni sich nicht zweimal sagen. Er fasste sein Madel um die schlanke Taille und küsste es zärtlich. Die Elfi ließ sich diese Behandlung gerne gefallen. Osten, ihr Lieb? fragte Toni. Ja, freilich. Sonst dürftest du mich ja nicht küssen. Er lachte, legte den Arm um ihre Taille und eng aneinandergeschmiegt setzten sie ihren Weg fort. Er führte in einem dunklen Tann vorbei, der nach einiger Zeit in einem lichten Mischwald überging, wie es typisch war für das Gebirge. Dann, nach einem Fußmarsch von einer Stunde, hatten sie den Alpsee erreicht. Die Sonne stand schon tief am Horizont und schaute gerade noch über die Berggipfel. Ihr goldenes Licht verzauberte die Landschaft mit einem beinahe überirdischen Schein. Der See lag auf einer steinigen Ebene, umgeben von Fels, Mosen und Wildkräutern. Sein Wasser sah aus wie flüssiges Gold. Der Toni blieb stehen und betrachtete die Landschaft eine Weile beinahe andächtig. Dann wechselte er einen kurzen Blick mit seiner Liebsten. Komm, Madl, ich zeig dir den Enzian! Er nahm sie bei der Hand und so liefen sie das kurze Stück wie zwei ausgelassene Kinder. Der Enzian wuchs an einer geschützten Stelle in einer natürlichen Mulde zwischen einigen Felsbrocken. Sein leuchtendes Blau war mit nichts anderem zu vergleichen. Das Madl und der Bursch beugten sich vorsichtig hinab und schauten das wunderhübsche Pflanzerl eine Zeit lang an. Schön ist das, nicht wahr? fragte die Elfi. Toni stimmte zu. Etwas ganz Besonderes, so wie du! Sie senkte die Leder und eine leichte Röte legte sich über ihre Wangen. Mach mir nicht zu viele Komplimente, Toni, sonst wird ihr noch ganz eingebildet. Aber es ist halt wahr, was ich sag. Komm her zu mir, Schatzerl, dann sag ich dir noch viele andere liebe Worte. Sie trat zu ihm und lächelte. Fällt dir tatsächlich noch mehr ein? Er nickte. Ja, gewiss. Du weißt, wie sehr ich die lieb habe. Und ich möchte, dass du endlich die meine wirst. In Elfis Augen leuchtete es bei diesen Worten auf. Sie schmiegte sich in Tonis Arme und flüsterte. Das würde ich gern werden, Toni. Er küsste sie überglücklich und besiegelte damit ihr Versprechen. Dann aber warf er seinen Trachtnut hoch in die Luft und stieß einen übermütigen Jodler aus. 14 Tage später, Anfang Juni, traf der geheimnisvolle Logik-Gast Karl Müller in Steinbach ein. Der Besucher kam in aller Frühe an, ließ sich vom Hinterleitner den Schlüssel für die Sennhütte geben, legte einen saftigen Scheck auf den Tisch und verschwand so schnell, wie er gekommen war. Dem Hotelier stand der Sinn nach einem Enzian. Auch wenn es noch früh am Tage war, so musste doch dieses hübsche Sümmchen, das er da gerade eben eingenommen hatte, begossen werden. Eben kippte der Anton sich den Schnaps hinter die Binde, da kam die Elfie in die Hotelhalle und warf ihm einen bezeichnenden Blick zu. Er trinkst du jetzt schon vor dem Frühstück, Vater? Wohin soll denn das noch führen? Der Hinterleitner, der sich sonst über einen Tadel von seiner Tochter immer ärgerte, machte ein versöhnliches Gesicht und hielt der Elfie den Scheck unter die Nase. Die machte große Augen. So viel? Der Herr muss es ja haben. Wie schaut er denn aus? Oh, mei, wie ein jeder halt, gab der Anton zur Antwort. Elfie reichte diese Auskunft freilich nicht. Jetzt stell dich nicht so an, Vati. Ist er vielleicht ein Prominenter? Das muss man doch wissen, wenn er so lange bei uns in Steinbach bleibt. Eine Weile dachte der Hotelier nach, dann verneinte er. Na, ich glaub nicht, dass er ein Prominenter ist. Aber vielleicht fällt's mir ein, wenn ich noch ein Glas erenzieren... Weiter kam er nicht. Die Elfin nahm ihm kurzerhand die Flasche ab und wollte gehen. Na, wirst du schon halt selbst sehen. Elfie blieb stehen und schaute ihren Vater fragend an. Was meinst du denn damit? Einer muss sich halt um ihn kümmern. Schließlich ist er ein zahlender Gast bei uns. Wirst einmal am Tag hinausteigen, ihm die Mahlzeiten bringen und ein bisschen aufräumen. Elfie stemmte die Hände in die Hüfte und sah den Vater verärgert an. Das ist ja vielleicht einmal typisch. Hast du vielleicht Angst, ich hätte nichts zu tun? Wann soll ich denn das alles erledigen? Hast ja schließlich auch noch andere Angestellte außer mir. Ja, freilich, aber was glaubst du, was mir so ein Stuben-Mahl sagt, wenn ihr ihm diesen Auftrag erteilt? Die wird kündigen und in einem anderen Hotel einstehen. So schaut es aus. Also, sei lieb, Elfherrl, und kümmere dich ein bisschen um den Herrn Müller. Das Madl seufste vernehmlich und meinte... Ja, also, schön, Vater, ich werde dich um den Herrn kümmern. Ein Spaziergang auf die Alm ist ja bei dem schönen Wetter auch nicht verkehrt. Und so kam es, dass die Elfie am frühen Abend mit einem vollen Weidekorb zur Sennaeim unterhalb des Krammkopfes aufstieg. Es war ein herrlicher Abend und die Elfie hörte bald auf, sich über die Extraarbeit zu ärgern. Sie genoss den Aufstieg, machte sogar eine kurze Rast und ließ den Blick über die atemberaubende Landschaft schweifen. Jetzt, Anfang Juni, waren die Weiden, Almen und Matten im Tal und am Berghang von einem saftigen Grün. Die Mischwälder leuchteten in vielen verschiedenen Schattierungen und bildeten einen schönen Kontrast zum dunklen Grün des Tanns. Auf den Weiden im Tal graste das Milchvieh und das leise Bimmeln der Kuhglocken schwang durch die klare Luft bis zur Elfie hinauf. Ein beruhigender Abendfrieden lag über Steinbach und das Madl fühlte einmal mehr, wie verwurzelt es mit diesen Flecken Erde doch war. Nie hätte die Elfies übers Herz gebracht, fortzugehen. Ein schriller Pfiff ließ das Madl aufhorchen. Das waren Murmeltiere, die ihre Ankunft bemerkt hatten und nun sich unter die Erde in ihre Bauten verzogen, um vor dem menschlichen Auge geschützt zu sein. Das junge Madl machte sich wieder auf den Weg. Nach einem Marsch von einer guten halben Stunde hatte Elfie die Sennhütte erreicht. Früher, als Steinbach noch nicht vollständig vom Fremdenverkehr gelebt hatte, war im Sommer hier das Heim eines alten Schäfers gewesen. Zuvor hatte einer der Steinbacher Bauern vom Almauftrieb bis zum Almabtrieb hier oben gewohnt, Käse gemacht und allerlei andere Naturprodukte, die heute schon eine Seltenheit darstellten. Vor einigen Jahren hatte der Hinterleitner die Hütte vor dem Verfall gerettet und von Grund auf renovieren lassen. Und nun fand sich immer wieder ein Gast, der hier ein paar Wochen verbringen wollte, um Natur und Ruhe pur zu genießen. So wie der Herr Müller aus München. Einen kleinen Unterschied gab es aber doch, denn bisher hatte sich kein Gast für den ganzen Sommer hier eingemietet. Elfie war gespannt auf den Fremden. Sicher war er dünn und blass, ein typischer Städter eben. Das Madl klopfte gegen die Hüttentür und wartete auf ein Wort von drinnen, doch sie bekam keine Antwort. Noch einmal pochte sie, diesmal etwas heftiger, aber drinnen blieb alles still. Elfie überlegte, was sie machen sollte und entschied sich kurzerhand hineinzugehen und das Abendessen, das sie mitgebracht hatte, aufzuwärmen. Der Gast war sicher irgendwo in der Nähe und bewunderte die schöne Umgebung. Entschlossen drückte Elfie die Türklinke nach unten und trat in die Hütte. Rustikal und gemütlich war es hier. Durch die kleinen Fenster schien die Abendsonne und erfüllte den Raum mit einem warmen, goldenen Schein. Von dem Logikast zeugte nur sein Gepäck. Einige Koffer standen da und obendrauf eine Reiseschreibmaschine. Elfie kümmerte sich nicht darum, sondern ging leicht daran, den Ofen anzuheizen und nach einem Topf Ausschau zu halten, in dem sie das Essen für den Logikast aufwärmen konnte. Sie war so in ihrer Arbeit vertieft, dass sie den Mann gar nicht bemerkte, der in die Hütte trat. Erst als sich dieser vernehmlich räusperte, fuhr Elfie herum. Beinahe wäre er der Kochtopf aus der Hand gerutscht. Das Madel konnte den Fremden, der da in der Tür stand, im Gegenlicht nicht erkennen. Hochgewachsen war er, sportlich, und er trug zünftige Kleidung. Kein Städter, wie die Elfie ihn sich vorstellte. Grüß Gott, sagte der Fremde mit einer sonoren und angenehmen Stimme. Gleich am ersten Abend kriege ich schon einen Besuch hier oben. Elfie hatte ihren Schrecken verwunden und reichte dem Mann zur Begrüßung die Hand. Sie stellte sich vor und meinte, Mein Vater hat Ihnen sicher gesagt, dass ich einmal am Tag komme und nach dem Rechten schaue. Ich werde mir eben Ihr Essen ein Rindergulasch mit Knödeln. Das duftet wunderbar. Wollen Sie nicht mit mir essen? Eine so gute Köchin lässt man nimmer fort. Ich habe keine Zeit, leider, aber vielleicht ein anderem Mal. Ich werde Sie daran erinnern. Die Elfie senkte verwirrt den Blick. Der Herr Müller hatte ihr direkt in die Augen geschaut, und das war ihr durch und durchgegangen. Als das Essen dann serviert war, setzte sich das Madl aber doch auf ein paar Minuten zu dem Gast, der mit gutem Appetit aß und dabei immer wieder ihre Kochkünste lobte. Wo hat der Vater nur seine Augen gehabt? Dieser Mann schaut doch nicht aus wie alle anderen. Er war eine überaus attraktive Erscheinung, mit dichten, dunkelbraunem Haar, hohen Bangenknochen und ausdrucksvollen, braunen Augen. Die Elfie hatte das Gefühl, als könnten diese Augen bis auf den Grund ihrer Seele blicken. Sie spürte, wie ihr Herz schneller pochte, wenn er sie anschaute, und sie dachte ständig daran, dass der Ton hier auf sie wartete und sie besser gehen sollte, ehe der Fremde sie ganz und gar in Verwirrung gebracht hatte. Trotzdem saß sie wie festgewurzelt, konnte sich nicht entschließen, sich zu verabschieden, und blieb, bis der Herr Müller den letzten Löffel der Nachspeise verzehrt hatte und sich für den guten Kaffee herzlich bedankte, dem sie ihn noch schnell brühte. Mittlerweile war es hoher Abend, und draußen vor den kleinen Fenstern der Hütte funkelten schon die hellen Sterne. Soll ich sie vielleicht auf dem Rückweg begleiten? Schlug der Logigast vor, als Elfie das Geschirr wieder in ihren beiden Korb gepackt hatte und fertig zum Aufbruch war. Sie lachte auf. Dies wird nie nötig, dieser Gangster, wie bei Ihnen in der Stadt, das gibt es in Steinbach nicht. Und den Weg ins Trahe findet ihr auch mit verbundenen Augen. Er zuckte mit den Schultern. Na gut, dann muss ich Ihnen wohl glauben. Vielen Dank für alles und bis morgen. Er drückte ihr kurz die Hand, und dann schaute er sie wieder mit seinen klaren, tiefbraunen Augen aufmerksam an. Dann wandte sich die Elfie schnell ab und machte sich auf den Weg. Als sie sich nach einigen Metern umdrehte, stand der Gast in der offenen Tür und winkte ihr zu. Die Elfie wusste nicht wieso, aber in diesem Moment durchströmte sie ein heißes Glücksgefühl. Als die Elfie drei Tage später von der Alm kam, erwartete Ridi Polt sie bereits. Ridi und Elfie waren Freundinnen und trafen sich oft. Als die Hoteliers-Tochter an diesem Abend das dralle, rothaarige Dirndl mit den lustigen grünen Augen erblickte, fuhr ihr gleich der heiße Schrecken in die Glieder. Oh, hab ich was vergessen? Hatten wir etwas vor, Ridi? Na nix, ich wollt nur einmal wieder bei dir vorbeischauen und hören, was es mit dem Logikast in der Sendhütte auf sich hat. Bei dieser Bemerkung wurde Elfie rot, und die Ridi, die ein feines Gespür hatte, ahnte gleich, dass sie in ein Wespennest gestochen hatte. Ihre Neugierde war aber noch nicht befriedigt. Elfie schien nicht zu bemerken, wie Sensationslüstern die andere sie ansah. Arglos meinte sie, Komm, wir gehen in mal Kammer, dort kann ich dir alles ungestört erzählen. Als die beiden unterschiedlichen Madeln sich wenig später in Elfies Kammer gegenüber saßen, berichtete das Madel von dem feschen Gast aus München. Die Ridi saugte jedes Wort förmlich in sich auf. Als Elfie mit ihrer Schilderung zu Ende war, meinte die Ridi nachdenklich, Wer das wohl sein mag? Vielleicht ein Filmschauspieler oder ein Millionär? Die Hoteliers-Tochter lachte amüsiert. Schmarrn, die Stars und Reichen haben doch überall Häuser und Wohnungen. Meinst du, so einer wollte in unseren einfachen Sendhütten wohnen? Ja, wer weiß, manchmal sind die Millionäre doch so sprienig. Und woher weiß das? Kennst du vielleicht auch? Ja, freilich nicht. Das liest man doch immer in den Zeitungen, wie die so leben. Der macht sich doch unser Eins gar kein Bild. Du bist ein bisschen verliebt in ihn, gell? Ja, bisher vielleicht, aber der Toni, der hat auch nichts davon erfahren. Du weißt doch, wie eifersüchtig er ist. Und im Winter ist Hochzeit. Schon im Winter? Na, keine Sorge, von mir erfährt der Toni freilich nichts. So saßen die beiden noch eine Weile zusammen, lachten, schwatzten und stellten Theorien über den Fremden in der Hütte auf. Gehst du denn jetzt jeden Tag zu ihm aufhütteln, halten wir aber auf dem Laufenden? Elfie versprach es. Sie ahnte nicht, was ihre Freundin da aushäckte. Riedi, die mit ihren Mitte 20 bereits Witwe war, war seit langem heimlich in den Wagner-Toni verliebt. Sie hatte dem Fashion-Firster schon schöne Augen gemacht, als die Elfie noch gar nicht an Liebe dachte. Leider hatte die Riedi beim Toni nicht landen können. Deshalb hatte sie sich mit dessen Kollegen, dem Polt Wastel, getröstet. Der Wastel war bedeutend älter als die Riedi und vor zwei Jahren war einem Schusswechsel mit Wilderern aus dem Balkan ums Leben gekommen. Nach dem überraschenden Tod ihres Mannes hatte die Riedi wieder eine Chance gewittert, den Toni für sich zu gewinnen. Aber der hatte noch immer kein Interesse an ihr gezeigt. Und dann war der Riedi die Hinterleitner Elfie ins Gehege gekommen. Die junge Witwe hatte sich fast schwarz geärgert, aber irgendwann war ihr Ehrgeiz wieder erwacht. Und sie hatte sich vorgenommen, nicht aufzugeben. Sie wollte den Toni, und irgendwann würde sie ihn schon bekommen. Es galt nur auf eine günstige Gelegenheit zu warten. Und so hatte die Riedi aus der Not eine Tugend gemacht und sich mit der Elfie angefreundet, um immer nah am Geschehen zu sein. Dem Toni hatte das zunächst gar nicht gefallen. Doch weil die Riedi ein Talent hatte, Menschen für sich zu gewinnen, verteidigte Elfie die sogenannte Freundin bald gegen die Angriffe ihres Liebsten und ahnte dabei nicht, dass sie sich schützend vor ihre ärgste Feinden stellte. An diesem Abend war die Riedi bester Dinge. Endlich bot sich ihr die Gelegenheit, einen Keil zwischen das verliebte Paar zu treiben. Und es wurde ja auch die höchste Zeit, den Toni und die Elfie auseinanderzubringen, denn in einem halben Jahr wollten die beiden heiraten. Für die Riedi war das eine grauenhafte Vorstellung und zugleich das Ende all ihrer Hoffnungen. Diese Hochzeit musste um jeden Preis verhindert werden. Und Riedipold wusste auch schon, wie sie das anstellen würde. Während Elfie am nächsten Abend in der Sennhütte Speckpfannkuchen für Karl Müller bug, saß der Wagner Toni missmutig vor dem Forsthaus und schnitzte an einem Stück Holz herum. In Gedanken war er bei seiner Liebsten und er konnte nicht behaupten, dass ihr Verhalten in letzter Zeit ihm sonderlich gefiel. Ich hab so viel zu tun, seit die Handwerker im Haus sind. Das war der Satz, den Toni nun seit Tagen ständig zu hören bekam. Wenn er ins Hotel ging, konnte er sich bestenfalls auf ein paar Stammperel Enzian oder eine Partie Schafskopf mit dem Hinterleitner einstellen. Obwohl der Bursch keinen Alkohol mochte, tat er seinem Schwiegervater ins Spee schon einmal den Gefallen und trank ein Stammperel mit. Zufrieden war der Bursch mit diesem Zustand nicht. Er wusste vom Anton, dass die Elfie nun auch noch den Gast in der Hütte versorgen musste. Trotzdem konnte Toni sich nicht erklären, warum sein Madel denn plötzlich gar keine Zeit mehr für ihn hatte. Grübelnd saß er auf der Bank vor dem Forsthaus und konnte einfach keine Antwort auf diese Frage finden. Der Bursch war ganz allein an dem idyllischen Platz. Das Forsthaus stand am Ortsrand zwischen Hohen Tannen und war ganz aus Holzbohlen gebaut. Tagsüber kam eine Hauserin, um die Hausarbeiten zu erledigen, aber wenn der Toni am Abend allein war, dann sehnte er sich nach einer Frau und Kindern, eben nach einer eigenen Familie. Bisher wäre er nicht auf den Gedanken gekommen, dass die Elfie vielleicht andere Pläne hatte, aber nach und nach machte ihr verändertes Verhalten ihn nachdenklich. Mochte sie ihn vielleicht nicht mehr? Hatte sie einen anderen? Dem Toni taten solche Grübeleien tief im Herzen weh. Und er war nicht der Mensch, der anderen misstraute. Trotzdem musste es doch eine Erklärung geben. Diese nahte bereits mit festen Schritten. Dass Toni Besuch bekam, bemerkte er erst, als die Riedi direkt vor ihm stand. Er ließ das Schnitzmesser sinken und schaute missmutig zu ihr auf. Grüß die Toni. Ich hab eine Abendspaziergang gemacht und als die da sitzen gesehen, hab doch die mir. Schau einmal bei ihm vorbei. Auch wenn sie das Ganze als Zufall darstellte, ahnte Toni doch, dass Riedis Besuch geplant war. Sie hatte ihre roten Locken sorgfältig frisiert und trug ein dunkelblaues Dirndl mit einem gewagten Ausschnitt. Als sie sich nun neben ihnen auf die Bank setzte, legte sie das bunte Trachtenschultertuch ab und dem Burschen eröffnete sich eine üppige Aussicht. Sie lächelte ihm aufmunternd zu und fragte, Wie geht es dir denn? Schau's aus, als hättest du die Petersilie verhagelt. Der junge Förster hob nur die Schultern und widmete sich dann wieder seinem Schnitzholz. Riedis wütenden Blick bemerkte er nicht. Das Madel ließ sich aber so schnell nicht aus der Fassung bringen. So lange war sie nun schon hinter dem Toni her, dass sie dessen Art mittlerweile kannte. Sie schaute ihm eine Weile aufmerksam beim Schnitzen zu und meinte dann, Toni, der von seinem seligen Kollegen immer wieder über Riedis ungezählte Seitensprünge informiert worden war, konnte sich eine sarkastische Bemerkung nur sehr schwer verkneifen. Aber er wollte ja keinen Streit mit der Riedi. Er wünschte sich nur, sie würde möglichst schnell wieder verschwinden. Das hatte die Riedi allerdings nicht vor. Nimmst du es arg schwer? Wollte sie wissen und als Toni sie verständnislos ansah, fügte sie schnell hinzu, Ja, das muss ich. Es ist sicher nur eine jugendliche Schwärmerei von der Elfi. Sie ist ja auch noch so jung, nicht einmal 20. Da passiert das schnell mal. Nun wurde es Toni zu viel. Er legte sein Schnitzmesser weg, wandte sich der Riedi zu und fragte direkt, Ja, was, was willst du eigentlich hier? Irgendetwas führst du doch im Schilde. Dafür kenne ich dich so gut, Frau Polt. Ja, mei, wie das klingt, Frau Polt, amüsierte sich die Riedi. Aber als sie Tonis wütendem Blick begegnete, wurde sie gleich wieder ernst. Also, wennst du mir was zu sagen hast, Riedi, dann tu es, sonst verschwind. Ich leg keinen großen Wert auf der Gesellschaft. Sie straffte die Schultern. Also, schön, wennst du willst. Ich bekam Menschen, der über andere redet. Aber du weißt, dass ich dich gern mag, Toni. Und deshalb mag ich es auch nicht leiden, wenn dir so ein junges Ding Hörner aufsetzen tut. Toni wurde blass. Ja, was redest du denn da? Meinst du vielleicht die Elfi? Wie kommst du dazu, solche Lügen zu verbreiten? Ich dachte, du bist ihr Freundin. Ja, Frau Eri, bin ich ihre Freundin. Trotzdem muss ich nicht alles gut finden, was sie macht. Und dass sie jetzt mit diesem Logikas in der Zenhütte flirtet und dir die geile Schulter zeigt, wo ihr doch bald heiraten wollt, das kann ich nicht gut heißen. Der junge Förster hatte Ridi atemlos zugehört. Jedes ihrer Worte traf ihn wie einen Keulenschlag. Elfi? Ihm untreu? Nein, das konnte nicht sein. Das glaubte er nicht. Sicher hatte sich die Ridi wieder einmal etwas ausgedacht. Toni kannte den schlechten Charakter der jungen Witwe nur zu gut. Aber vielleicht war er doch etwas Wahres daran. Hatte er nicht selbst eben erst festgestellt, dass Elfi sich ihm gegenüber ganz anders verhielt als früher? Seit dieser Logikast in Steinbach war, hatte sie kaum noch Zeit für ihn. Der Anton hatte ihm erzählt, dass Elfi jeden Tag zu dem Gast auf die Hütte ging. Fieberhaft arbeitete es in Tonis Gehirn. Die Verdächtigungen, die die Ridi so geschickt hinter ihren harmlosen Worten versteckt hatte, begannen schon ihre Wirkung zu zeigen. Die junge Witwe registrierte dies mit Genugtuung. Endlich sah sie wieder Hoffnung, den Toni doch noch für sich zu gewinnen. Geh halt mal zu ihr und red mit ihr. Ich weiß nicht. Du musst mit ihr reden. Oder willst du vielleicht, dass diese Städter ihr den Kopf verdreht und ein Spusi mit ihr anfängt? Toni schoss das Blut in den Kopf. Natürlich nicht. Ja, vielleicht hast recht, Ridi. Ich werde mal mit ihr reden, noch heute Abend. So ist recht. Ihr versöhnt euch und im Winter ist Hochzeit. Ich würde es nicht leiden, wenn meine beiden besten Freunde im Streit auseinandergingen. Er blickte sie einen Moment forschend an. Dann lächelte er. Ich glaub, ihr habt dich falsch eingeschätzt, Ridi. Verzeih mir, sagte er, beugte sich zu ihr und wollte ihr einen Busserl auf die Wange geben. Doch sie hielt ihm blitzschnell den Mund hin und drückte ihren üppigen Busen an seine Brust. Dass ausgerechnet in diesem Moment eines der Stubenmadeln vom Hinterleitnamarmarm seines Freundes am Forsthaus vorbeikam und den innigen Kuss sah, den da Toni und die Ridi tauschten, war ein Zufall, der noch Folgen haben sollte. Als Toni sich ärgerlich aus Ridis Umarmung befreite, war das Paar bereits weitergegangen. Ridi schlug die Augen nieder und schaffte es sogar, ein wenig rot zu werden. Jetzt musst du mir verzeihen, sagte sie und erhob sich schnell. Es wird nie wieder vorkommen, Toni. Betrachte es als Abschiedskuss. Ehe der Bursch noch etwas sagen konnte, war die Ridi schon verschwunden. Den triumphierenden Ausdruck in ihren Augen sah er nicht mehr. Grüß die Toni, kommst mit auf ein Rundgarten spielen. Na, ist die Elfie daheim? Sie ist in der Küche, geh nur durch. Wenig später betrat der Bursch die geräumige Hotelküche. Von den Neonröhren an der Decke war nur einer eingeschaltet und Toni erkannte Elfie, die damit beschäftigt war, Geschirr zu spülen. Vermutlich vom Logie-Gast ging es eben durch den Kopf. Das Madel war ganz in Gedanken versunken. Erst als Toni das Wort an Elfie richtete, schaute sie von ihrer Arbeit auf, ihr Gesicht verriet Überraschung. Sie hatte wohl nicht mit seinem Besuch gerechnet. Das tat dem Burschen weh. Bist so spät noch fleißig, geh? Sie nickte. Ja, das Geschirr ist von unseren Logikas. Ich hab's eben erst heimgebracht. Warum war's denn so spät noch dort oben? Toni war voller Misstrauen dem Madel gegenüber, das er bis vor kurzem bedingungslos geliebt hatte. Herr Müller mag ich's nicht, wenn man ihn am Tag stört. Außerdem hab ich da schon genug zu tun. Er ist einmal am Tag warm, die Malze bring ich ihm zum Nachtmahl. Das scheint ja ein ganz besonderer Gast zu sein. Singst du immer noch am Schlaf wieder, bevor du heimgehst, geh? Elfie fuhr herum. Ein Teller glied ihr aus der Hand und zersprang klirrend auf den Boden. Ihr Gesicht war ganz blass geworden und Toni dachte mit wehem Herzen, erwischt, sie hintergeht mich. Was soll der Schmarrn? Wenn's nix anderes im Sinn hast, als Streit anzufangen, dann geh ins Wirtshaus und lass mich in Ruhe. Ich will kein Streit. Ich will wissen, woran ich bin. Seit Tagen speist mich ab. Hast grad Zeit mehr für mich. Das lass ich mich nicht länger bieten. Also klipp und klar, hast ein Spusi mit dem Logikast. Ehe einer von den beiden groß nachdenken konnte, versetzte die Elfie dem Toni eine saftige Watschen. Au! Beide waren sich von dieser heftigen Reaktion erschrocken. Der Bursch fuhr sich entgeistert an die Wange. Dann verschloss sich sein Gesicht und er wollte gehen. Elfie hielt ihn zurück. Oh, isst du mir neid, Toni? Bitte, bitte entschuldige. Ihr Blick war so offen und ehrlich, dass es dem Toni ganz warm ums Herz wurde. Ohne lange nachzudenken, zog er die Elfie in seine Arme und gab ihr einen Busserl. Sie schmiegte sich an ihn. Ich bin adepp. Vor lauter Eifelsucht bin ich ja schon fast ganz blind geworden. Sie lächelte ihn nachsichtig an. Ich zeig doch nur, dass du mich lieb hast, Toni. Aber trotzdem musst du mir versprechen, dass du nimmer zu dem Gast auf die Hütten gehst. Ihr habt doch genug Personal. Es muss doch nicht sein, dass du diesen Mann versorgst. Sie trat ein paar Schritte zurück und dem Toni gab es einen Stich ins Herz, als sie erwiderte, Hast du kein Vertrauen zu mir? Du glaubst also doch, dass sie ihn dir nicht träumen? Das hat damit gar nichts zu tun. Ich vertraue dir natürlich. Aber bitte dich trotzdem nicht mehr dort hinzugehen. Es gibt nur unnötige Klatschgeschichten. Und wir wollen doch bald heiraten. Sie schaute ihn traurig an. Du vertraust mir nicht. Das ist keine Basis für eine Ehe, Toni. Denk doch einmal an die Zukunft. Willst du mir einsperren? Willst du mir verbieten, dass ich für den Rest meines Lebens mit einem anderen Mann rede? Schmarrn! Elfi, bitte versteh mich doch. Ich hab die lieb und ich will die nicht verlieren. Wenn du mich einsperrst, wirst du mich verlieren. Also was ist? Versprichst du mir nicht mal auf die Hütten zu gehen? Einen Moment schwankte die Elfi. Tief in ihrem Herzen wusste sie, dass sie den Toni wirklich liebte und dass sie zusammengehörten. Aber sie wollte auch nicht nachgeben. Sie ließ sich nicht Tonis Willen aufdrängen. Ich kann dir das nicht versprechen. Du musst schon Vertrauen zu mir haben. Er schaute sie nur an, aber in seinen Augen spiegelte sich große Enttäuschung wieder. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und verließ die Küche. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, kam es der Elfi vor wie ein Abschied für immer. Fräulein Elfi, Sie sind heute zu stil. Haben Sie vielleicht Kummer? Karl Müller saß auf der Eckbank in der Zen-Hütte, schmauchte ein Pfeifer und schaute zu, wie seine hübsche Besucherin das Geschirr vom Abendessen in einen Korb räumte. Die Elfi war nicht ganz bei der Sache, der Braten war nicht durch gewesen, die Röstkartoffeln angebrannt und eben war ihr beinahe ein Teller zu Bruch gegangen. Dem Gast war auch ihr blasses Gesicht aufgefallen. Ach, Herr Müller, ich bin heute ein bisschen traurig. Das kommt vor. Und was ist der Grund für diesen Zustand? Das Madl schaute ihn mit traurigen Augen an. Was sollte sie auch sagen? Sie sind der Grund, mein Herr. Seit zwei Wochen habe ich meinen Liebsten nicht mehr gesehen, weil er so eifersüchtig ist auf Sie. Das konnte die Elfi wohl schlecht. Ich habe Streit mit meinem Freund. Er ist ein bisschen eifersüchtig. Und haben Sie ihm vielleicht einen Grund dafür gegeben? Freilich nicht. Ich habe ihn doch lieb. Nie und immer würde ich ihn betrügen, aber er hat halt kein Vertrauen zu mir. Das ist das Schlimme. Wenn er kein Vertrauen hat, dann ist das arg. Das ist die Grundvoraussetzung für eine glückliche Beziehung. Die Elfi nickte eifrig. Das habe ich mir auch gesagt, aber er will ja nicht hören. Ich soll machen, was er will, sonst spielt er den Beleidigten. Sie hatte das Geschirr zusammengepackt und nahm den Korb. Aber ich will Sie nicht mit meinen Problemen belästigen. Ich gehe dann. Bis morgen. Der Herr Müller erhob sich und öffnete ihr die Tür. Im Rahmen blieb er stehen und schaute sie so offen und direkt an, dass das Madel erschauerte. Dann lächelte er ihr zu und es schien, als tanzten tausend kleine Fünkchen in seinen ausdrucksvollen Augen, als er zu ihr sagte, Machen Sie sich doch keine große Gedanken, Elfi. So schönes Madel wie Sie kann auch jeden den Kopf verdrehen. Sie wollte etwas sagen, aber sie bekam keinen Ton heraus. Dieser Mann verwirrte sie. Seine Nähe war für sie zugleich gefährlich und schön. Deshalb schlug sie schnell die Augen nieder, murmelte noch einen kurzen Abschiedsgruß und verschwand dann mit schnellen Schritten in die Nacht. Das Herz klopfte ihr bis zum Hals. Und das kam nicht vom raschen Abstieg ins Tal. Als die Elfi heimkam, fand sie das Haus dunkel. Die Angestellten hatten ihren freien Abend und der Hinterleitner ging am Mittwoch immer zum Stammtisch in die Kneipe. Also zog sich das Madel bald in seine Kammer zurück, las noch ein bisschen, hörte Musik und war im Gedanke noch immer oben auf der Hütte bei diesem geheimnisvollen Mann, der sie so verwirrte. Derweil hatte sich in der Gastwirtschaft frische Quelle der Stammtisch gefüllt. Alle, die dazugehörten, saßen in der Runde. Der Hinterleitner und der Bürgermeister Ederer, zwei andere Hoteliers, der Doktor, der Schullehrer und auch der alte Pastor, dem die Maß noch immer mundete. An diesem Abend hatte man nur ein Thema, den geheimnisvollen Gast in der Sennhütte. Etwas steckt dahinter, murmelte der Ederer. Ich hab's von Anfang an gesagt, dieser Gast ist ein Geheimnis. Der Hinterleitner winkte müde ab. So, Arschmarrn, was für ein Geheimnis soll der denn haben? Es ist ein ganz normaler Sommergast, der so Ruhe haben will. Fest schaut er aus, sagt die Elfi, aber er ist ganz ruhig und seriös. Ich tippe auf einen Geschäftsmann aus der Stadt, der ausspannen will. Äh, so mag es so, stimmte auch der Pfarrer zu. Das glaub ich nicht. Ich denk dann, was bestimmt ist, sagte der Ederer. Wisst ihr nicht mehr, wie es geheißen hat? Ein Großinvestor wollte hier einen Schizirkus aufziehen. Ich bin sicher, das Projekt ist noch nicht vom Tisch und vielleicht ist der Herr Müller ein solcher Investor, der die Landschaft prüft und sich hier alles anschaut. Eine Weile herrschte nachdenkliches Schweigen. Dann meldete sich der Schullehrer zu Wort. Er war der Jüngste in der Runde und hatte eine dementsprechend moderne Einstellung. Die Sache mit den Schizirkus ist doch erschmarrt. Es wurde hier schon genug Wahl geopfert für die vielen Pisten und Skilifts. Nach so einem Projekt ist doch heuer nicht mehr durchzusetzen. Ja, vom Skifahren leben wir schließlich alle, auch du, Bader. Wenn wir hier bankrott werden und keine Steuern mehr zahlen könnten, da wäre es auch mit der Beamtengehalt, esse ich. Ja, darum geht es doch gar nicht. Ich denke halt, dass dieses Projekt nicht realisiert werden wird. So ging es noch eine Weile hin und her. Jeder äußerte eine andere Vermutung über den Fremden in der Hütte. Zu einem Ergebnis kam man freilich nicht. Mei, er müsst halt mal hierher. Dann würden wir ihn mit Elzian abfüllen und aushorchen. Ja, gar nicht so schlecht. Ich werde den Herren einmal einladen. Die Elfi kann es ihm bestellen für den nächsten Mittwoch. Missmutig legte der Toni die Strecke vom Forsthaus ins Dorf zurück. Er war auf dem Weg zur Riedipold. Sie hatte ihn nämlich am Mittag angerufen und ihm erzählt, dass sie bei der Elfi ein gutes Wort für ihn eingelegt hätte. Wie sich die Elfi dazu geäußert hätte, das wollte sie dem Burschen aber nur persönlich sagen. Der Toni ging aus verschiedenen Gründen nicht gerne zur Riedi. Zum einen würde gleich wieder geklatscht werden, wenn er bei diesem Besuch gesehen wurde. Zum anderen traute er dem Madel noch immer nicht über den Weg. Zwar hatte sich die Riedi bei ihrem letzten Gespräch recht einsichtig und nett gegeben, aber der Toni wurde das Gefühl nicht los, dass sie noch etwas im Schilde führte. Sie gab sich als Elfis Freundin, was sie wirklich wollte und dachte, das aber blieb ihr Geheimnis. Der Bursch hatte das Schmuckelhäuserl, der jungen Witwe erreicht und zog einmal kurz am Klingelstrang. Die Riedi musste ihn bereits erwartet haben, denn sie öffnete sofort die Tür, warf einen schnellen Blick nach draußen und sagte dann zu ihrem Besucher, komm da schrein, ich will nicht, dass über uns geklatscht wird. Dem Toni war das gar nicht recht. Wenn die Riedi ihn so sehr in ihr Haus zerrte, mussten die Nachbarn doch erst recht misstrauisch werden. Er folgte ihr in die gute Stube, wo der Kaffeetisch gedeckt war, es duftete verführerisch nach frischem Kaffee und Buchteln. Die Riedi lächelte den Burschen Krokett an und bot ihm dann Platz. Ich bin nur gekommen, um zu erfahren, was die Elfi gesagt hat. Das ist aber unhöflich. Ich habe gedacht, die Essener Kleinigkeit, während ich dir alles erzähle, oder traust mir Backkünste nicht. Der Toni hob die Schultern, sässte sich dann doch und langte nach einer frischen Buchtel. Die Riedi schenkte ihm Kaffee ein und bedachte ihn dann mit einem raschen Blick. Dieser entging dem arglosen Toni allerdings. Die junge Witwe hatte keineswegs mit der Elfi über den Toni gesprochen, im Gegenteil. Sie war im Moment in Hochform, was das Intrigieren anging. Während sie nämlich die Elfi immer weiter anstachelte, dem feschen Gast in der Hütte schöne Augen zu machen und gegen den Toni hetzte, versuchte sie nun, den Burschen für sich zu gewinnen. Sie musste ihm nur oft genug sagen, dass die Elfi einen ganz anderen im Kopf hatte. Dann würde er sie schon vergessen. Also was hat die Elfi nun gesagt? Ich hab halt versucht, sie zur Versöhnung zu bewegen. Ich hab ihr erzählt, wie du unter der Trennung leidest und sie vermisst. Toni nickte. Er hing förmlich an Riedis Lippen, was diese natürlich genoss. Es wird dir nicht gefallen, was sie gesagt hat. Sie liebt auch anderen. Es tut es ja leid. Sie senkte den Blick und säuste. Und der junge Förster starrte sie fassungslos an. Er hatte das Gefühl, als reiß sie ihm einer das Herz aus dem Leib. Das konnte doch nicht stimmen. Nie und nimmer hatte die Elfi ihn nach so kurzer Zeit schon vergessen und sich in einen anderen verliebt. Er kannte doch sein Madel. Er dachte an den Treueschwur, den sie aneinander gegeben hatten, an ihre Heiratspläne. Das alles sollte von heute auf morgen vergessen sein? Nein, das wollte der Bursch nicht glauben. Die Rede schien zu spüren, dass der Toni noch nicht vollständig überzeugt war. Ihr habt es selbst nicht glauben wollen. Ihr habt die Elfi daran erinnert, dass ihr beiden doch zusammengehört, dass ihr heiraten wolltet, aber alles hat keinen Sinn gehabt. Und der Bursch schüttelte den Kopf, so als sei er einfach unfähig zu verstehen, was er da hörte. Zugleich schien er in sich zusammen zu sinken. Es war ein schwerer Schlag, der ihn da eben getroffen hatte und Toni wusste nicht, wie er damit fertig werden sollte. Das Glitzern in Reedis Augen sah er nicht. Du tust mir ja so leid, Toni. Du weißt ja, dass ich die mag. Das hast du wirklich nicht verdient. Ist schon recht, Ridi. Du kannst dir nichts dazu. Ich muss nur gehen. Danke für alles. Kannst du jetzt allein sein, Toni? Mir würde es nichts ausmachen, wenn du noch eine Weile hier bleibst. Ich weiß, wie sehr man in den schweren Stunden des Lebens ein Menschen brauchte, ein Beisteht. Er schaute sie an, sein Blick aber schien durch sie hindurch zu gehen. Er lächelte schwach. Danke für dein Verständnis, Ridi, aber ich will jetzt lieber Allah sein. Ist schon recht. Kannst du jederzeit zu mir kommen, wenn der Kummer zu arg wird? Als der Toni fort war, lächelte Ridi zufrieden. Alles war gelaufen, wie sie gehofft hatte. Für den Toni war eine Welt zusammengebrochen, seit er wusste, dass die Elfi ihn nicht mehr liebte. Keinen Moment, zweifelte der Bursch an Ridis Worten. Zu geschickt war die junge Frau vorgegangen, als dass der Toni hätte ahnen können, was die Ridi im Schilde führte. Und die Elfi war ja auch nicht ganz unschuldig an der Situation mit ihrem starkköpfigen Verhalten. Der junge Förster sagte sich, dass es besser gewesen wäre, sein Madel nicht so unter Druck zu setzen. Wenn er nicht verlangt hätte, dass sie den Gast nicht mehr besucht, dann wäre jetzt vielleicht noch alles in bester Ordnung. Aber das war ja auch ein Schmarrn. Denn wenn die Elfi diesen Fremden in der Hütte liebte, dann hätte sie ihm, dem Toni, womöglich ohnehin heimlich Hörner aufgesetzt. Nein, das hätte er nicht ertragen können. Dann lieber ein sauberer Schnitt, auch wenn es noch so wehtat. Und es tat weh. Der sonst so fröhliche und zufriedene Bursch schlich in den folgenden Tagen wie ein Schatten seiner selbst umher, Was niemand je für möglich gehalten hatte, der den Toni kannte, das war nun eingetreten. Der Bursch saß jeden Abend in der Kneipe, trank eine Maß nach der anderen, kippte manchen Enzianen dazu und kam stets mit schwerem Kopf nach Hause. Es gab ja niemanden, den das stören konnte. Und dieser Umstand trieb den Toni noch tiefer in den Liebeskummer. Die Urheberin all dieser Wirren war in der Zwischenzeit mit ihrem Werk gar nicht mehr so zufrieden wie zu Beginn. Die Redi hatte sich nämlich ausgerechnet, dass sie nun eine Chance beim Toni haben würde. Aber sie hatte sich verrechnet. Der Bursch schenkte ihr so wenig Beachtung wie vorher, grüßte sie freundlich auf der Straße, ließ sich aber auf kein weiteres Gespräch ein. Das wurmte die Redi. In ihrem Hirn arbeitete es unablässig, denn sie musste endlich eine Gelegenheit finden, um den Toni an sich zu binden. Abends, wenn der Förster ins Dorf kam, um das Wirtshaus zu besuchen, lehnte sie stets in der Haustür und versuchte ein Gespräch mit dem Toni zu beginnen. Aber er gab sich einsilbig. Nicht einmal angebliche Neuigkeiten von der Elfie interessierten ihn mehr. Dies ist vorbei und vergessen. Von der Lieb will ich nie mehr was wissen. Der Redi war klar, dass sie auf direkten Wege nichts erreichen würde. Deshalb musste sie zu einer List greifen. Und sie hatte auch schon eine Idee. Es war ein heißer Juli-Tag gewesen. Der Toni hatte im Wald eine Pflanzung von Fichten beaufsichtigt und war nach getaner Arbeit ins Dorf aufgebrochen. Der Zufall wollte es, dass er gerade der Elfie über den Weg lief, die dem Karel Müller das Abendessen zur Hütte hinaufbrachte. Toni wusste nicht, wie er sich verhalten sollte. Dieses Zusammentreffen war ihm mehr als unangenehm. Zögernd blieb er stehen, zog seinen Hut und grüßte das Madel. Beim Näherkommen sah er, wie blass und traurig die Elfie wirkte. Das verwunderte ihn doch ein bisschen. War sie denn nicht glücklich mit ihrer neuen Liebe? Grüß dich, Toni. Wie geht es dir denn so? Nicht so gut wie dir wohl. Ach, Toni, willst nicht wieder normal mit mir reden? Ich hab das Gefühl, du hast mich richtig. Hä, Hossen? Das Gegenteil trifft so eher zu, aber das interessiert dir wohl nicht mehr. Er wies auf ihren Korb. Geh lieber, bevor das Essen für der Liebsten kalt wird. Ein brennendes Rot stieg in ihre Wangen. Sie wandte sich ab und ging mit schnellen Schritten davon. Dem Toni blutete das Herz und er fragte sich, warum er so grob gewesen war. Hätte er sie nicht fragen sollen, wem denn nun ihr Herz gehörte und ob es noch eine kleine Chance für ihre Liebe gab? Aber er wollte sich nicht zum Narren machen. Ihr Weg führte hinauf zur Sennhütte, nicht zum Forsthaus. Vermutlich konnte der fremde Herr aus der Stadt ihr viel mehr bieten, als er, der Förster mit schmalem Salär und einem Heuserl am Waldrand, der ihr nicht viel mehr schenken konnte als sein Herz. Mit einer wütenden Bewegung schlug der Bursch sich gegen den Schädel. Wenn ihr bloß diese Gedanken loswerden könntet. Aber dafür gab es ja eine Möglichkeit. Ein Mittel, das immer funktionierte. Der Alkohol konnte die Trauer und die Verzweiflung nicht aus seinem Herzen nehmen, aber er betäubte Tonis Gedanken für ein paar Stunden und das war schon genug. Mit wütenden Schritten steuerte er auf das Wirtshaus zu, übersah in seiner Rage die Riedi, die auf ihn zukam und hatte wenig später die Schankstube betreten. Am Mars unter Enzian, aber hurtig! Heute Abend würde sehr viel Alkohol notwendig sein, um das Mühlrad zum Stillstand zu bringen, das in Tonis Kopf umging. Es war schon weit nach Mitternacht, als der junge Förster das Wirtshaus verlies. Er war nicht mehr sicher auf den Beinen und stolperte mehr, als er ging. Dem Burschen drehte sich alles vor Augen und nun merkte er, dass er an diesem Abend wohl doch ein wenig übertrieben hatte. Die Riedi wartete vor ihrer Haustür. Sie hatte im Haus schon lange alle Lichter gelöscht, um nicht aufzufallen. Es war eine mondhelle Nacht und die Försterswitfe erkannte den Burschen genau, der über die Straße auf sie zukam. Sie lächelte, als sie auf den Toni zusteuerte. Komm, Toni, bis Schoderheim. Komm, Toni. Er blieb stehen und schaute sie mit glasigem Blick an. Elfie, bist du das? Die Riedi konnte sich das Lachen kaum verkneifen. Der Toni musste wirklich vollkommen betrunken sein, wenn er sie mit seiner Elfie verwechselte. Aber das sollte der Riedi nur recht sein. Das erleichterte ihr Vorhaben. Freilie bin ich es. Komm, du musst ins Bett, Toni. Sie legte einen Arm um ihn und er lachte leise. Aber Elfie, das geht doch nicht. Wir sind doch noch gar nicht verheiratet. Toni, sei ruhig und komm mit. Der Toni plapperte munter weiter. Er glaubte sich bei seiner geliebten Elfie und war völlig glücklich und zufrieden. Die Riedi achtete nicht auf sein Geschwätz, brachte ihn in ihr Haus und schloss schnell die Tür hinter sich ab. Toni, der an der Wand in der Diele lehnte, schaute sich verwirrt um. Das, das kenn ich doch hier. Hier war ich schon mal. Aber das ist doch nicht euer Hotel. Sei ruhig und komm. Sie hakte ihn unter und steuerte ihre Schlafkammer an. Zieh die aus, Schatz, ich komm gleich. Der Toni lachte und zog seinen Janker aus. Dieser landete, wie seine übrigen Kleidungsstücke, auf dem Dielenboden und dann kroch er zwischen die dicken Daunen in Riedis Bett. Als die junge Witwe eine Viertelstunde später die Schlafkammer betrat, weilte der Toni schon lange im Reich der Träume. Sie stand einen Moment in der Tür und lächelte siegesicher. Dann löschte sie das Licht in der Kammer und gesellte sich zum Toni. Als der junge Förster am nächsten Morgen aufwachte, hatte er einen mächtigen Kater. Sein Schädel brummte und summte wie ein Bienenschwarm. Die Zunge war trocken und pelzig und er fühlte sich schlapp und elend. Das helle Sonnenlicht, das durch das Kammerfenster schien, ließ Tonis Schädel noch lauter brummen. Er öffnete vorsichtig die Augen, stutzte, riss sie dann weit auf und war im nächsten Moment hellwach. Verwirrt und ratlos blickte er um sich. Wo war er? Diese Schlafkammer kannte er nicht und auch nicht das Bett. Es war viel zu breit, eben für zwei gemacht und es war ein ein Ehebett. Dem Toni wurde der Mund noch trockener. Herrschaft, was habe ich in meinem Rausch verbrochen, dachte er panisch. Er versuchte, sich an den vergangenen Abend zu erinnern, aber es wollte ihm nicht gelingen. Er hatte im Wirtshaus gezächt, aber was danach geschehen war, das konnte er beim besten Willen nicht mehr sagen. Ein schwarzes Loch klaffte in seiner Erinnerung und machte ihn ganz nervös. Eine leichte Bewegung direkt neben ihm ließ den Burschen zusammenzucken. Kaum wagte Toni sich umzudrehen. Wen mochte er in seinem Rausch verführt haben? Würde gleich ein wütender Ehemann mit einem Stutzen in der Kammertür erscheinen? Liebling, bist du schon wach? fragte eine Frauenstimme, die Toni nur allzu gut kannte. Er fuhr herum wie elektrisiert. Sein Gesicht wurde ganz blass und er rief Riedi! Sie drehte sich zu ihm um. Er sah zu seinem Entsetzen, dass sie ebenso nackt war wie er. Um ihren Mund lag ein verklärtes Lächeln und sie machte anstalten, sich an ihn zu kuscheln. Hastig sprang der Bursch aus dem Bett und suchte seine Kleidung vom Boden zusammen. Riedi schaute ihm dabei verwundert zu. In Windeseile zog sich der Toni an. Er wagte kaum der Riedi ins Gesicht zu sehen. Das durfte einfach nicht wahr sein. Er hatte seine Elfi betrogen und noch dazu mit der Riedi, die er nie hatte leiden können. Nein, das musste ganz einfach ein Irrtum sein. Der Toni schwor sich in diesem Augenblick nie im Leben wieder einen Tropfen Alkohol anzurühren. Wo willst du denn hin? fragte Riedi und sprang ebenfalls aus dem Bett. Der Toni war schon im Stiegenhaus. Bleib da, Toni, du kannst doch nicht so einfach fortgehen nach dem, was zwischen uns war. Der Bursch blieb stehen und atmete tief durch. Ja, er musste Gewissheit haben, was gestern geschehen war. Vorher würde er keine Ruhe bekommen. Was war gestern Abend? Vieles, Toni. Komm, erst weg gefrühstückt, vorher lasse die nicht fort. Riedi ging in die Küche. Toni folgte ihr beklommen. Es war aber auch wie verhext. Er konnte sich einfach an nichts erinnern. Er hoffte durch Riedis Erklärungen wieder seine Erinnerung zurück zu erlangen, aber die machte es spannend. Das ließ er nicht zu. Stattdessen funkelte er sie wütend an. Jetzt hör auf mit dem Theater Riedi. Ich will wissen, was gestern passiert ist. Und zwar die Wahrheit, wenn möglich. Sie machte ein beleidigtes Gesicht. Also gut, Toni, wenn du nicht daran erinnerst, ich erinnere mich an jede Sekunde. Du bist aus der Wirtschaft gekommen, warst recht betrunken und bist auf der Straße hingefallen. Ich in der Zustand. Also hab ich die mit zu mir genommen, die ein Kaffee gekocht und wollte die dann heim schicken. Aber auf einmal bist du ganz zärtlich geworden, Toni. Ich war überrascht und du weißt ja auch, dass ich die sehr gern hab. Ich hab mich nicht gewehrt. Es war wunderbar, Toni, du bist so zärtlich gewesen. Mit einem Ruck entzog er ihr seine Hand und stand auf. Sein Blick war abweisend. Du lürgst, nichts davon ist wahr. Nicht einmal im Vollrausch hätt ich das getan. Ich lieb die Elfi und daran wird sich nie etwas ändern. Du willst mich ja Doni und dies ist der Dank dafür. Sie schluchzte auf und verbat ihr Gesicht in einem Taschentuch. Der Bursch wusste nicht recht, was er von diesem Auftritt halten sollte. Seine Gedächtes Lücken machten alles noch viel schwieriger. Tat er der Riedi vielleicht unrecht? Hatte er im betrunkenen Zustand über die Stränge geschlagen? Aber das konnte er nicht glauben. Er hatte die Riedi nie begehrt. Sie gefiel ihm nicht mal. Nein, er wollte nicht glauben, was sie eben da weiß zu machen versuchte. Gut, Riedi, was immer in dieser Nacht geschehen ist, ich würde die bieten, es zu vergessen. Sie reagierte nicht, hielt den Blick noch immer gesenkt. Als die Haustür ins Schloss gezogen wurde, da ließ die Riedi ihr Schnupftuch sinken und man erkannte, dass sie keine einzige Träne geweint hatte. Geh noch, Toni, aber du bist mir in die Falle gegangen und aus der wirst du freilich nicht mehr rauskommen. Als der Toni das Haus der Försters Wipfel verließ, war es noch sehr früh am Morgen, jedoch nicht zu früh für die ewigen Klatschbasen von Steinbach. Ein paar scharfe Augen beobachtete den Burschen mit einem brennenden Blick, als er Steinbach verließ. Und es dauerte keine Stunde, bis ein neues Gerücht im Dorf die Runde machte. Der Wagner Toni hatte ein Spusi mit der Redi Polt. Hast was erfahren hinter Leitner? Sei doch nicht zu Wort kark. Der Ederer blickte ganz neugierig drein. Die beiden Spitzeln saßen nach der wöchentlichen Gemeinderatssitzung noch in der Wirtschaft zusammen und der Bürgermeister löcherte den Anton schon die ganze Zeit wegen des fremden Gastes in der Hütte. Bisher hatte dieser sich allerdings recht einsilbig gegeben. Der Ederer vermutete, dass sein Freund ihm etwas verheimlichen wollte. Also raus mit der Sprache. Was hat denn die Elfi von dem Herrn Müller erfahren? Oh nix. Ich glaube wir haben uns geirrt. Der Mann hat freilich nichts mit dem Skizirkus zu schaffen. Er hat zu Elfi gesagt, er lässt schön danken für die Einladung zum Stammtisch, aber er will hier Ruhe haben und hat kein Interesse an Gesellschaft. Der Ederer Johann kraszte sich nachdenklich das Kinn. Ruhe haben will. Das ist alles. Ich habe es von Anfang gesagt, Johann. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Die beiden Spätzeln saßen noch eine ganze Weile beisammen. Es wurde spät und später und als der Hinterleitner weit nach Mitternacht heimkam, war er nicht mehr ganz sicher auf den Beinen. Er steuerte geradeweg seine Kammer an, lag fünf Minuten später am Bett und gleich darauf im tiefsten Schlummer. So kam es, dass er das leise Weinen aus Elphys Kammer nicht hörte. Das Madel war ganz verzweifelt. Am Mittag war die Elphie im Dorf bei der Kramerin gewesen und hatte dort das neuste Gerücht aufgeschnappt, das im Dorf die Runde machte. Der Toni hatte ein Spusi mit der Riedi Polt. Erst hatte das Madel diese ungeheurliche Behauptung gar nicht glauben wollen. Aber als sie hörte, dass Riedis unmittelbare Nachbarin, die Zinka Wilma, die für ihre scharfen Augen und ihre Schlaflosigkeit bekannt war, den Toni am frühen Morgen aus dem Haus der Witwe hatte schleichen sehen, da war dem Madel nichts weiter übrig geblieben, als misstrauisch zu werden. Wenn dieses hässliche Gerücht unstimmte. Der Elphie blutete das Herz bei diesem Gedanken. Nicht nur, dass die Riedi, die sie für ihre Freundin gehalten hatte, ihr den verlobten Kurzahn wegschnappte, nein, viel schlimmer war die Tatsache, dass der Toni sie nach wenigen Wochen der Trennung mit einer anderen betrog, noch dazu in so schamloser Weise. Die Elphie hatte es geschafft, ihren schweren Kummer den Tag über tief in ihrem Herzen zu verbergen. Sie hatte dem Herrn Müller sein Abendessen gebracht und als sie ins Hotel zurückkehrte, war der Vater schon ins Wirtshaus gegangen. Da hatte das Madel sich in seine Kammer eingeschlossen und seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Ganz verheult und unglücklich lag die Elphie nun schlaflos in ihrem schmalen Bett und schallt sich selbst eine Nerren. War sie nicht auch schuldig an der Situation? Hätte sie dem Tony nachgegeben und eines der Stuben Madeln zur Hütte geschickt, dann wäre es nie so weit gekommen. Aber der Tony war ja auch nicht gezwungen, sich gleich eine andere zu suchen. Wenn das Gerücht der Wahrheit entsprach, dann gab es für die Elphie nur eine Konsequenz. Dann sind wir geschiedene Leute. Auf immer. Noch manches mal schlagen, aber fest entschlossen. Sie würde an diesem Tag zum Tony gehen und ihn zur Rede stellen. Sie konnte den bohrenden Schmerz der Ungewissheit nicht länger ertragen. Sie musste wissen, was geschehen war, auch wenn die Gewissheit vielleicht noch viel mehr wehtat. Nach dem Frühstück machte sich die Elphie auf den Weg zum Forsthaus. Es war ein herrlicher Sommermorgen wie aus dem Bilderbuch. Der Himmel überspannte in einem makellosen Blau Steinbach. Die Insekten summten geschäftig durch die laue Luft, die Vögel sangen übermütig ihre Lieder, aus allen Winken lachte der Sommer in seiner ganzen verschwenderischen Pracht. Der Elphie allerdings war nicht nach Vorsehen zumute. Sie ignorierte die Schönheit, die sie umgab, ging mit gesenktem Kopf daher und nahm nur den bohrenden Schmerz in ihrem Herzen war. Als das Marl zum Forsthaus kam, trat der Toni eben ins Freie. Er wollte sich gerade auf den Weg in den Forst machen. Als er die Elphie erblickte, stoppte er abrupt, legte die Hand vor die Augen, um nicht von der Sonne geblendet zu werden und stellte fest, dass er sich nicht getäuscht hatte. Da kam das Marl seines Herzens. Toni spürte, wie sein Herz heftiger klopfte. Jetzt die Elphie einfach in die Arme nehmen und alles ist wieder gut. So ging es ihm durch den Sinn. Und warum tat er das eigentlich nicht? Es gab ja nicht mal einen gescheiten Grund für ihren Streit. Warum also nicht gleich Versöhnung feiern? Die Elphie kam langsam näher und blieb dann direkt vor Toni stehen. Er sah in ihr schmal gewordenes Gesicht und es gab ihm einen schmerzhaften Stich. Nein, sie war nicht gekommen, um sich mit ihm zu versöhnen. Das sagten ihre grauen Augen ihm deutlich. Beklommen nahm er den Hut ab und sagte Grüß die Elphie schön dass du mir wieder besuchen kommst. Ich muss die was fragen. Und was willst wissen? Hast du was mit der Rede? Der Bursch wurde blass für die Elphie der beste Beweis seiner Schuld. Das Marl hatte das Gefühl als Schwanke der Boden unter ihren Füßen. Wer behauptet denn sowas? Das ist ein ausgemachter Schmarrn. Hat die Rede das herum erzählt? Ich hab es bei der Kramerin erfahren. Alle Leute in Steinbach wissen es schon. Nicht weil die Rede es weiter getrascht hat, sondern weil es gesehen worden bist. Tonis blaue Augen wurden eine nuance dunkler vor unterdrückter Wut. Wer hat das behauptet? Die Nachbarin von der Rede. Tony, ich bitte, ich beschwere die, sag mir die Wahrheit. Ich kann es nicht ertragen, dass du mich betrügst. Ich betrüge die nicht. Elphie, ich lieb nur die, kein andere auf der Welt. Er zog sie in seine Arme, aber sie Nein, warum warst bei der Rede? Ich möchte die Wahrheit erfahren. Aber die kann ich dir nicht sagen, weil ich sie nicht kenne. Es war eine ganz dumme Geschichte. Ich will dir alles sagen, was ich weiß, wenn du mir zuhören tust. Tony, also gut, erzähl mir die Geschichte. Tony erzählte die Geschichte offen, ehrlich und ohne etwas auszulassen. Wie er sich betrunken hatte, aus geglaubt hatte, sie sei die Elphi und schließlich der nächste Morgen. Auch die Gedächtnislücke durch seinen Rausch bedingt ließ er nicht aus. Die Elphi stand ganz ruhig vor, ihm hörte ihm aufmerksam zu und sagte auch nicht gleich etwas, als herausfinden, was in der Nacht zwischen dir und der Riedi geschehen ist. Immerhin hast gesagt, du hättest die Familie gehalten. Also solange du nicht weißt, was gewesen ist, kann es mit uns nicht weitergehen. Aber du gibst mir noch eine Chance. Sie zögerte mit der Antwort. Konnte sie den Tony für etwas verdammen, das er vielleicht gar nicht getan hatte? Andererseits wenn sie sich nun versöhnten und irgendwann kam heraus, dass zwischen dem Tony und der Riedi doch etwas gewesen war, würde sie Elphi das nicht ertragen können. Wir werden sehen, was wird, Tony. Es wird wohl besser sein, wir bleiben noch eine Weile auf Distanz. Irgendwann wirst dein Gedächtnis ja wiederfinden. Ich wünsche es uns beiden und bis dahin. Damit strich sie sanft über seinen Arm und ließ ihn dann allein. Am Abend dieses Tages, die Elphi hatte eben das Essen für den Logik Gast hergerichtet, hielt ein Taxi vor dem Hotel des Hinterleitners und der Herr Müller persönlich stieg aus dem Fond. Der Hotelier, der bis eben die Handwerker beaufsichtigt hatte, bekam große Augen. Ein leiser, freudiger Hoffnungsschimmer stahl sich in Antons Herz. Kam der geheimnisvolle Gast nun doch noch zum Zechen in gemütlicher Runde? Eiligst stürmte der Hotelier auf die Eingangstür zu und dienerte beflissentlich. Grüß Gott, Herr Hinterleitner. Ich möchte Ihre Tochter abholen. Na, Elphi, wieso denn das? Doch, äh... Es soll eine kleine Überraschung sein für Sie. Ihr Madel bringt mir nun schon seit Wochen herrliche Mahlzeiten auf die Stuben. Da will ich mich revanchieren. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Ihnen die Elphi auf ein paar Stunden nach Garmisch entführe. Ich kenne dort ein herrliches Restaurant, wo man wunderbar speisen kann. Der Hinterleitner war zwar etwas enttäuscht, dass der Gast den Abend nicht in der gemütlichen Männerrunde verbringen wollte, aber er stimmte trotzdem zu. Seine Tochter hatte ein bisschen Abwechslung nötig. Seit sie mit dem Toni auseinander war, lief sie blass und traurig herum. Ich werde das Madel rufen. Sicher freut sie sich über die Einladung. Der Hotelier drehte sich um und sah, dass das Madel bereits in der Küchentür stand. Der Korb mit dem Essen für den Logik-Gast hing schon an ihrem Arm und sie schaute den Herrn Müller fragend an, als er auf sie zukam, ihr galant die Hand küsste und seine Einladung wiederholte. Ganz rot wurde die Elfi. Der attraktive Mann hatte sich extra ihretwegen aus seiner Einsiedelei begeben und wollte sie ausführen. Und fesch schaute er aus in seinem Trachtenjanker, Sonnengebräunt und fröhlich. Die vielen Lachfältchen um seine braunen Augen machten ihn gleich noch eine Spur sympathischer. Ich bin sofort fertig, murmelte die Elfi, reichlich verwirrt, drehte sich auf der Stelle herum und verschwand mitsamt ihrem beiden Korb. Der Herr Müller wandte sich um und lächelte dem Anton freundlich zu. Ein hübsches Mordelhamster, mal Kompliment. Es ist noch schade, dass sie oft traurig ist. Liebes Kummer hat sie halt, das ist normal in diesem Alter. Wäre ich ein junger Bursch, ich wüsste genau, wie ich sie glücklich machen würde. So alt sind sie ja nur auch wieder nicht. Wollen sie Enzian trinken? Na, danke. Sie sind auch Anti-Alkoholiker, die mag ich nicht. Na, das ganz gewiss nicht. Aber ich will mir den Appetit nicht verderben. guten Essen sollte man nur ein leichten Aperitif trinken, nicht zu scharf ist. Der Hinterleitner war beeindruckt. Dieser Mann hatte in der Tat Lebensart. Es dauerte nur eine Viertelstunde, dann tauchte die Elfi wieder auf, sie hatte das dunkle glänzende Haar zu einem lockeren Knoten gesteckt und trug ein feines dunkelgrünes Dirrenbill mit goldenen Verzierungen. Die ranke und aus einem Modejournal. Der anerkennende Blick aus den Augen ihres Begleiters ließ sie gleich wieder erröten. Macht euch mal einen schönen Abend, meinte der Hinterleitner und griff zur Enzian Flasche. Die Elfi schwebte wie auf Wolken. Noch nie im Leben war sie mit einem solchen Mann so schick ausgegangen. Das Restaurant, in das sie fuhren, hatte das Madl bisher nur von außen gesehen. Zunächst fühlte sich die Elfi recht beklommen unter all den eleganten Gästen, aber ihr Begleiter schaffte es schnell, ihr die Scheu zu nehmen. Er war charmant und witzig, plauderte über dies und das und brachte das Madl immer wieder zum Lachen. Die Zeit verflog nur so für die Elfi. Sie dachte nicht mal an den Toni und an die hässlichen Geschichten, die noch nur Augen für den Herr Müller. Und dabei kam ihr Riedis Vermutung wieder in den Sinn, dass er vielleicht ein Millionär sein könnte. Jetzt erschien dem Madl diese Behauptung gar nicht mehr so spinnert, denn der Herr Müller machte einen sehr weltgewandten Eindruck. Die Elfi träumte an diesem Abend ein wenig, dass der Herr Müller so etwas wie ein Prinz aus einem Märchenland war, dass er gekommen war, um sie zu entführen in seinem Palast voller Gold und Marmor. Wollen wir noch tanzen gehen? Ja, gern. Sie gingen in einen noblen Nachtclub und ehe das Madl sich versah, lag es in den Armen des feschen Herren und bewegte sich zu der langsamen verträumten Melodie, die eine kleine Kapelle leise intonierte. Nach einer Weile hob ihr Begleiter ihr Gesicht ein wenig zu sich empor, lächelte und sagte, so glücklich sollten sie immer strahlen ihre Augen, sie erinnern mich an ein paar dunklere Bergseen. Der Elfi wurden die Knie ganz weich. So hatte noch kein Mann zu ihr geredet, so gefühlvoll und romantisch. Mit einem leisen Seufzer schmiegte sie sich an die Arme ihres Begleiters und wünschte, diese Nacht würde nie ein Ende nehmen. Aber gegen ein Uhr kam das Ende, denn der Herr Müller bestellte ein Taxi und meinte, ihr Vater wird sich Sorgen machen, wenn sie noch später ein kommen, Elfi. Sie fügte sich, wenn auch ein wenig enttäuscht. Und als sie vor dem Hotel ausstieg, da schenkte ihr ihr Begleiter noch einen Handkuss. Es war ein wunderschöner Abend, Elfi. Ich hoffe, es hat ihnen auch ein bisschen gefallen. Was für eine Frage. Die ganze Nacht lag die Elfi wach, gingen Gedanken noch einmal jeden Augenblick dieser Verabredung durch und konnte sich nicht entscheiden, was denn nun am aufregendsten oder am schönsten gewesen war. Eines aber war dem Madl klar. Wenn sie an den feschen Herren in der Sennhütte dachte, dann Ein Monat war vergangen. Der August neigte sich seinem Ende zu, die Tage waren noch sommerlich warm, aber früh am Morgen erhielten sich die Nebelschwaben der Nacht schon ein bisschen länger, denn die Kraft der Sonne ließ allmählich nach. Der Toni wollte an diesem sonnigen Morgen in den Forst, um die Bäume für den Wintereinschlag zu markieren. Hauptsächlich im Tannen gab es wieder eine große Anzahl kranker Fichten, die gefällt werden mussten. Der junge Förster saß missmutig am Frühstückstisch und las die Morgenzeitung, aber er war nicht bei der Sache und als er sich dabei ertappte, dass er einen Satz zum vierten Mal las, da faltete er das Blatt zusammen und legte es mit einem Seufzer beiseite. Der Toni war unglücklich. An diesem Zustand hatte sich seit Wochen nichts geändert. Hatte er gehofft, dass die Elfi sich ihm wieder zuwenden würde nach ihrer Aussprache, so hatte er sich getäuscht. Weder war dem Förster die Erinnerung an Hoteliers Tochter einige Male mit dem Gast von der Hütte nach Garmisch gefahren war. Und man munkelte von einem Flirt zwischen den beiden. Dem Toni taten diese Vermutungen in der Seele weh. Mehrfach hatte er zur Elfi gehen und sie einfach fragen wollen, was denn dran wäre an diesen Verdächtigungen. Aber dazu war er zu schüchtern, wusste er doch, wie empfindlich sie auf seine Eifersucht die in jener Nacht geschehen war. Das eben wusste der Toni nicht. Und deshalb hatte es auch wenig Sinn, wenn er nun zur Elfi ging. Trotzdem nagte die Sehnsucht an seinem Herzen und jeden Morgen blickte er mit traurigen Augen aus seinem Kammerfenster Richtung Steinbach, wo das Madel seines Herzens lebte. So nah und doch unerreichbar für ihn. Der Bursch hatte eben seine Morgenmahlzeit beendet und wollte sich auf den Weg in den Forst machen, als draußen energisch am Klingelstrang gezogen wurde. Toni vermutete den Briefträger, aber als er die Tür öffnete, stand die Riedi Polt vor ihm. Sie schien erhitzt, ihre Wangen glühten und in ihren grünen Augen glomm ein seltsames Feuer. Der Toni sah sie erstaunt an. Grüß die Riedi, was willst du denn hier so früh am Morgen? Ich muss dringend mit dir sprechen, Toni. Also gut, komm halt rein. Sie folgte seiner Aufforderung, betrat hinter ihm die gute Stube und ließ sich mit einem schwerfälligen Seufzer auf dem Sofa nieder. Toni blieb neben der Tür stehen und schaute sie abwartend an. Also was hast auf dem Herzen Riedi? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, Toni. Erinnerst du die noch an unsere Nacht? Wenn du jetzt damit wieder kommst, Riedi, dann bitte die zu gehen. Ich will davon nichts mehr wissen. Das wirst du aber müssen, Toni Wagner. Unsere Liebesnacht ist nämlich nicht ohne Folgen geblieben. Ich bin schwanger. Ihr erwartet da, Kind, Toni. Nun war die Bombe geplatzt und eine Weile herrschte fahl im Gesicht geworden und starrte das dralle Madl auf seinem Sofa an wie eine böse Erscheinung. In seinem Kopf arbeitete es fieberhaft. Die Riedi war schwanger von ihm, aber das konnte doch gar nichts sein. Und wenn es doch stimmte? Der Bursch hatte das Gefühl, seinen Verstand zu verlieren. Wenn die Riedi ein Kind von ihm erwartete, dann würden es bald alle Riedi tatsächlich ein Kind von ihm erwartete. Das Ganze war einfach zu abstrus, wie ein böser Albtraum. Bist auch sicher, dass du wirklich ein Kind erwarten tust? Freilich, ich war heute morgen beim Doktor. Die Ergebnisse des Schwangerschaftstests sind eindeutig. Nun stand die Riedi auf und kam auf den Burschen zu. Direkt vor ihm blieb sie stehen, schaute ihn mit einem Schwierst beheiraten müssen, Toni. Oder willst dich vielleicht vor der Verantwortung drücken? Dem Toni wurde schwarz vor Augen. Er konnte noch immer nicht fassen, was er gerade eben erfahren hatte. Als die Riedi sich aber an ihn schmiegen wollte, dann machte er schnell einen Schritt zurück und sagte, Geh, geh bitte, ich muss erst einmal über alles nachdenken. Toni, was gibst denn da nachzudenken? Du hast jetzt die Pflicht mich zu der Deinigen zu machen, aber keine Angst, ich bin eine gute Ehefrau, das hat schon der Bastel immer gesagt. Aber der ist nur tot. Wenn der Toni daran dachte, was sein Spezel ihm alles über seine Frau erzählt hatte, da kam er heute noch einen Schrecken. Und dieses Weifsbild sollte er nun ehrlichen? Das war doch einfach nicht möglich. Ich muss nur in Als die Haustür hinter Redi ins Schloss fiel, sackte der Toni in sich zusammen. Er hatte das Gefühl, sich in einem schlimmen Albtraum zu befinden und er wusste nicht, wie er wieder rauskommen sollte. Als die Elfi am Abend dieses Tages von der Alm zurückkehrte, den Weidekorb im Arm, hörte sie zufällig das Gespräch zweier Stuben Madel mit an, die neben der Küchentür standen. Sie hatten die Hoteliers Tochter nicht gesehen und sprachen deshalb laut und deutlich. Hast schon gehört, Rosi, die Polt wiegt, wie soll schwanger sein? Na, welches Mannsblick ist denn so narrisch und lässt sie mit der an? Ich hab gehört, wie die Kramerin heute zu einer Kundin sagte, dass die Polt in anderen Umständen ist. Der Fürster Wartner soll der Forte sein. Das Gespräch setzte sich noch eine Weile fort, die Elphie aber bekam davon nichts mehr mit. Schreckensbleich stand sie da, starr wie eine Statue. Ihr Blick war leer und stumpf. Was sie da eben gehört hatte, war einfach ungeheuerlich. Der Tony und die Riedi, also doch. Der Lump hatte versucht, sie wieder zu gewinnen, während er mit der Riedi ein Verhältnis hatte. Die nur ein Gedanke dringte sich völlig in den Vordergrund. Sie musste dem Tony Lebewohl sagen und diesmal für immer. Nie wieder würde sie ihm vertrauen können, kein Wort würde sie ihm noch glauben. Nie im Leben war sie so schrecklich hintergangen worden. Der Bursch, den sie hatte heiraten wollen, dem auch jetzt noch ein großes Stück ihres Herzens gehörte, er war ein Lügner und Betrüger. Das tat weh. Die Elphie wusste kaum, was sie tat. In ihrer Verzweiflung kannte sie nur ein Ziel, das Forsthaus. Erst nach einer ganzen Weile wurde es dem Madel bewusst, dass es sich bereits auf dem Weg dahin befand. Wie in Trance stolperte sie vorwärts, tränenblind und tief verletzt. Als das Forsthaus vor der Elphie auftauchte, versuchte das Madel sich einigermaßen zu beruhigen. Sie wischte die Tränen vom Gesicht, schnäuzte sich ordentlich die Nase und straffte die Schultern. Der Toni sollte in keinem Fall merken, wie ihr ums Herz war. Kühl und ernst wollte sie ihm gegenüber treten, aber das war gar nicht so einfach. Und so dauerte es eine Weile, bis die Elphie den Mut fand, die Klingel zu drücken. Drinnen brannte Licht, der Toni musste also daheim sein. Es tat sich aber nichts im Haus. Auch auf das neuerliche Klingeln wurde nicht aufgemacht. War der Toni vielleicht daheim und schämte sich so vor ihr, dass er nicht öffnete? Elphie ließ sich nicht schrecken. Sie wusste, dass die Haustür nicht abgeschlossen war, betrat kurzand das Forsthaus und schaute sich in allen Stuben um. Nein, der Toni war nicht da. Also beschloss sie zu warten. Es dauerte gar nicht lange, bis er auftauchte. Elphie stand in der guten Stube, die Arme vor der Brust verschränkt, schaute ihm wortlos und energisch entgegen. Der Toni prallte überrascht zurück, als er sich diesem unverhofften Gast gegenüber sah. Das Madel bemerkte mit wehem das ist ja eine Überraschung. War das schon lange auf mich? Noch nicht sehr. Ich war im Forst, ich habe noch einen Spaziergang gemacht. In der Natur wird einem der Kopf frei und man kann besser über vieles nachdenken. Und worüber hast du nachgedacht? Wie gesagt, über vieles. Willst sie nicht setzen, Eferl. Ich habe was mit dir zu besprechen. Eferl hatte der Toni ab. Vielleicht würde er ihr ja selbst beichten, was sie schon wusste. Und vielleicht gab es für alles noch eine andere Erklärung. Ich weiß, wir hatten in der letzten Zeit ein paar Differenzen, an denen ich schuld bin. Aber ich habe die Leerb, Effi, und ich möchte, dass du die meine gewirrst, so wie du es mir versprochen hast. Aber ich sehe nun, dass dies in Steinbach nimmer geht. Schließlich existieren alle möglichen Gerüchte und Verdächtigungen, die auf Dauer unsere Beziehung zerstören würden. Darum bitte ich die. Geh mit mir fort von hier, Elfi. Ich werde mich um einen neuen Posten in eine andere Gemeinde bewerben. Ich bin sicher, dass eine Versetzung möglich ist. Nun, was sagst? Zunächst hatte sie seinen Worten gelauscht und ihn dabei forschend angesehen. Jetzt aber verschloss ich ihr hübsches Gesicht. Toni, ich wünsch das jetzt nicht gesagt. Jetzt sind wir geschiedene Leute auf immer. Ohne eine weitere Erklärung zog sie seinen Ring, den sie bisher noch getragen hatte, vom Finger und legte ihn auf den Tisch. Sie wollte gehen, aber er hielt sie zurück. Ich verstehe die nicht, Elfi. Was war denn so schlimm einmal Vorschlag? Willst ihn dir nicht noch einmal überlegen? Toni, da gibt es nichts überlegen. Helf mich denn für so ein dummes Haschherl. Meinst ich weiß nicht, was man sich am Dorf erzählt, dass die Riedi Spanger und du der Vater ihres Kindes bist? Du hast mich schamlos belogen und betrogen, Toni. Toni stand da, wie vom Schlag gerührt. Er wusste nicht, was er nun tun oder sagen sollte. Als er die Elfi am Arm Wiedersehen, Toni, dass du es weißt. Ich kann es nicht ertragen, wenn man mich benügt. Aber Elfi, es stimmt doch alles nicht. Es stimmt nicht. Na, weißt du mittlerweile, was in der Nacht bei der Riedi geschehen ist? Na, aber ich bin mir sicher, dass es nicht magend ist. Ich lieb doch nur die. Aber du weißt es nicht. Und trotzdem hast mit mir fortgehen wollen. Und wenn es ein Kind ist, ist es dir egal. Meinst mit so ein Mann wird ich glücklich werden? Was wäre es denn du für erforderbar, wenn du dich so schäbig verhältst? Darauf wusste Toni keine Antwort. Deshalb senkte er nur den Blick. Das war Elfi Antwort genug. Leb wohl Toni, ich will dich nicht mehr wiedersehen. Darauf wandte sie sich um und verließ mit schnellen Schritten das Forsthaus. Was bist denn so still heute Morgen? wollte der Anton am nächsten Tag von seiner Tochter wissen. Sie saßen beisammen am Frühstückstisch und die Elfi hatte bisher noch keinen Ton über die Lippen gebracht. Schaust aus wie eine Gespenst meine Tochter. Ich fühle mich nicht so besonders Vater. Ich glaube es gibt heuer noch eine Gewitter. Der Hinterleitner verbarg seinen Kopf wieder hinter der Zeitung. Ein Artikel im Regionalteil hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Die Sparkasse in der Kreisstadt Bilch war überfallen worden. Der Täter hatte unerkannt entkommen können mit einer Beute von mehreren 10.000 Euro. Der Hinterleitner las die Meldung ein paar Mal und ließ die Zeitung dann nachdenklich sinken. Am Vorabend als dieser Überfall passiert war, da war er noch auf einem Enzian bei seinem Spezel Ederer gewesen und von dessen Stubenfenster aus hatte er seinen Logigast gesehen, wie dieser aus einem Taxi stieg mit einem Plastikbeutel in der Hand. Der Ederer hatte sich noch gewundert, weil der Gast doch sonst nicht von seiner Alm herunter zu kriegen war. In der Zeitung stand, der Räuber habe dunkle Kleidung getragen und das Geld in einem Plastikbeutel gesteckt. Dem Hinterleitner wurde der Mund trocken. Beherbergte er denn da am Ende einen Verbrecher? Elphi merkte, dass ihr Vater tief in Gedanken versunken war. Sie fragte ihn nach dem Grund dieses Zustandes, der beim Anton recht selten vorkam. Er erklärte seiner Tochter die ganze Räuber Geschichte. Vater, der Mann ist doch kein Bankräuber. Der Mann hat doch Lebensart, er ist nicht arm. Und einen Überfall zu machen, das hatte es recht nicht nötig. Das war ja nur eine Idee, aber immerhin habe ich etwas damit erreicht. Was denn, Vater? Du hast mal wieder gelacht, mein Kind. Sie sagte nichts dazu, räumte den Tisch ab und verschwand in der Küche. Als die Elphi wenig später zu allem aufstieg, gingen ihr die Worte ihres Vaters noch einmal durch den Sinn. Trotzdem konnte sie sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Herr Müller etwas Unrechtes getan hatte. Er wirkte immer so offen und ehrlich. Nein, der Vater hatte sich ganz bestimmt getäuscht. Als das junge Madel die Sennhütte erreichte, war der Logigast ausgeflogen. Die Elphi wollte an diesen Tage die Hütte sauber machen und da störte der Herr Müller sowieso nur. Daher war sie ganz froh, sich ungestört zu Werke machen zu können. Sie wischte Staub, sie putzte die Fenster, sie fegte den Boden, dann packte sie den Abfall in einen Sack, den sie mit ins Tal nehmen wollte. An diesem Tage lagen ungewöhnlich viele Blätter zerknüllten Papiers im Müllkübel. Darüber wunderte sich die Elphi. Sie wusste, dass der Gast häufig aus seiner kleinen Reiseschreibmaschine tippte. Er hatte ihr bisher nicht verraten, was er da schrieb. Das war ja auch seine Privatsache. Heute aber war die Elphi einfach neugierig und faltete ein paar Blätter auseinander. Die meisten waren kaum beschrieben oder völlig vertippt. Auf einem Blatt aber standen einige Zeilen. Von Neugierde getrieben las die Elphi, was dort stand. Der Mann in dunkler Hose und gleichfarbigen Pulli betritt unauffällig die Bank. Er reiht sich in die Schlange der Wartenden ein, wechselt mehrmals zur Position und wartet ab, bis außer ihm niemand mehr im Schalterraum ist. Die Uhr rückt auf vier vor. Es ist kurz vor Feierabend. Nun ist der Moment gekommen, auf den er gewartet hat. Er nähert sich dem Schalter, zieht eine Pistole, die er auf den Mann am Schalter richtet und sagt mit dumm Stimme, das ist ein Überfall, legen Sie alles Geld hier hinein, er gab dem Mann einen Plastikbeutel. Hier endete der Absatz zu Elphis Enttäuschung. Trotzdem klopfte ihr das Herz bis zum Hals. Was sie da eben gelesen hatte, das war die Beschreibung eines Banküberfalls. Des Überfalls, der sich gestern entglich ereignet hatte? Elphi bekam feuchte Hände. War denn doch etwas dran an den Mutmaßungen ihres Vaters? Verbarg sich hinter dem freundlichen Logigast ein Krimineller? Grüß Gott Elphi Sie sind ja schon fleißig bei der Arbeit. Oh Herr Müller ich bin schon fertig ich muss los. In einer instinktiven Bewegung ließ sie den Zettel in ihre Küchenschütze sinken. Elphi warum haums denn so eilig? Möchten sie mir nicht noch ein bisschen Gesellschaft leisten? Na ich muss jetzt wirklich fort es tut mir leid. Gut ich muss bald abreisen Elphi Elphi spürte wie ihr Herz raste die Aussicht mit diesem attraktiven Mann allein durch die Berge zu kraxeln war schon atemberaubend aber nun kam auch noch diese abenteuerliche Note dazu wollte er sich vielleicht eine Fluchtroute durch die Berge suchen würde er sie vielleicht sogar bitten mit ihm zu kommen der Elphi erschien dies mit allemal als sehr verführerisch einmal im Leben ein richtiges überlegen stimmte Elphi zu und fragte den Gast wann er denn wandern wolle am besten gleich morgen ich freie mich drauf früh am kommenden morgen war Elphi schon auf den Bahnen sie fieberte dem Aufflug entgegen den sie an diesem Tag unternehmen wollte sie malte sie malte sich in der Fantasie schon die gefährlichsten Abenteuer aus die sie an der Seite ihres geheimnisvollen Begleiters bestehen wollte als das Madel eben aus der Haustür schlüpfen wollte kam der Anton die Stiege hinunter und fragte wo sie denn so früh am Tage schon hin wolle wie ertappt blieb die Elphi stehen ich will zum Herrn Müller auf die Hütten heute möchte eine Bergwanderung mit mir machen er hat ja noch so wenig von der Umgebung gesehen obwohl er schon bald abreist er will abreisen nur wenn das Gott Zufall ist bleibt nicht zu lang Elphi es soll heute noch ein Wetter kommen die Elphi versprach ihrem Vater zeitig zurück zu kehren drückte ihm noch rasches Busserl auf die Wange und im nächsten Moment war sie schon verschwunden der Hotelier aber stand noch eine Weile gedanken versunken in der Diele und grübelte über den Logigast nach der Weile legte die Elphi mit forschem Schritt den Weg zur Berghütte zurück sie freute sich auf den Aufschlug zugleich aber war ihr Herz schwer sie dachte nämlich an die Bergwanderungen die sie und der Toni gemeinsam unternommen hatten die schöne Zeit an der Seite des Fäschen Burschen war nun ein für allemal vorbei bald würde er einer anderen gehören diese Vorstellung trieb der Elphi immer noch die Tränen in die Augen denn eine kleine Stimme in ihrem Herzen mahnte sie daran dass sie ja noch immer den Toni lieb hatte und nicht den Herrn Müller aber die Elphi wollte auf diese kleine Stimme nicht hören sie wischte sich die Tränen von den Wangen und nannte sich selbst eine dumme Pute einem Burschen nachzuweinen der längst eine andere hatte das war wirklich dumm als Er hatte sich wie die Elphi zünftig gefährlich so zu kraxeln in den folgenden zwei Stunden zeigte sich dass Elphis Sorge um den Ungeübten ganz überflüssig gewesen war ihr Begleiter war sportlich durchtrainiert und fit er hielt mühelos ihr Tempo und kam nicht einmal außer Atem wenn sie einen Steilhang hinaufkletterten wie zwei Gämsen die Elphi stellte es bewundernd fest sie hatten einen befestigten Wanderweg zum Krammkopf hinaufgenommen der aber unterhalb des Passes abzweigte und sich in Serpentinen den Berg hinauf schlängelte so musste man nicht über den blanken Felsen klettern sondern konnte einen steilen aber relativ sicheren Wanderweg benutzen gegen Mittag hatten die beiden Wanderer den höchsten Punkt des Krammkopfsteigs erreicht der auf 1500 Metern lag die Sonne war durch die Morgen gebrochen und waren ideal geeignet für eine Wanderung hier oben gab es einen Aussichtspunkt von dem aus man ein atemberaubendes Panorama genießen konnte die Elfi und ihr Begleiter machten dort ein Picknick asten die kalten Köstlichkeiten die das Madel zubereitet hatte und genossen die Stille und den Frieden Gegenüber des Krammkopfes erhob sich in grauer Majestät die Zugspitze deren höchster Punkt im Nebel verschwand dort oben beinahe doppelt so hoch wie auf dem Aussichtspunkt des Krammkopfes lag auch im Sommer Schnee bald wird die Schneemütze dort oben wieder größer schade da werd ich schon wieder in München sah wissen Elfi hier könnt ihr es auf immer aushalten und warum bleiben es denn nicht weil das leider nicht geht ich verpflichtungen wie auch jeder andere Mensch auch Elfi hätte zu gerne den Herrn Müller nach diesen Verpflichtungen gefragt aber er wechselte geschickt das Thema ich hab gelesen dass dieser Weg hier eine alte Schmugglerroute ist stimmt das wenn es weiter in südliche Richtung wandert dann bist irgendwann in Italien das wär Spaß würden mitkommen Elfi sie wollen mich wohl entführen vielleicht er grinste frech einige Zeit später brachen die beiden wieder auf die Elfi war dafür den Rückweg anzutreten aber ihr Begleiter überredete sie noch ein Stück her Richtung Italien zu wandern mit wachsender Sorge betrachtete das Madl die grauen Gewitter Wolken die sich über Alpspitze und Dreitausspitze zusammenbalken und von einem auffrischenden Wind in ihre Richtung geblasen wurden ihr Begleiter achtete nicht auf das kommende Wetter er war in Hochstimmung und genoss die Wanderung in vollen Zügen als die Elfie ihn darauf aufmerksam machte bekam er einen ordentlichen Schrecken oh werden wir es denn überhaupt noch rechtzeitig bis zur Hütten schoffen ohne Noss zu werden fragte er und warf einen besorgten Blick gen Himmel die Sonne hatte sich verabschiedet das Tageslicht nahm einen blassen Grauton an und fernes Donnergrollen kündigte das Unwetter an Elfie betrachtete die Wolken deren Blei grau sich mit einem dunklen Stahl blau mischte und sagte das hoffe ich sehr wenn wir oben vielleicht ohrschneien ohrschneien mitten im Sommer es wird Herbst Herr Müller außerdem ist ein Wettersturz bei uns nichts besonderes aber so sehr sich Elfie und ihr Begleiter auch beeilten das Wetter zog schneller heran als sie laufen konnten die Zenhütte war noch lange nicht in Sicht als der erste Blitz zuckte und sich gleich darauf ein gewaltiger Donner in tausend Echos an den hohen Felswänden brach Elfie blieb stehen ihr Begleiter wäre beinahe gegen sie gerannt und schaute sich um nach nur wenigen Augenblicken hatte sie gefunden was sie suchte komm rief sie gegen den gräumenden Donner an und steuerte auf einen Felsvorsprung zu unter dem man Schutz vor den Umbilden der Natur suchen konnte Karrel Müller folgte ihr und als sie eben den Vorsprung erreicht hatten begann es auch schon zu regnen rückte sich gegen die hintere Wand der kleinen Höhle und atmete auf ihr sind wir sicher ich hoffe nur das Wetter wird mir zu lang anhalten sonst müssen wir in der Dunkelheit heimgehen ihr begleiter sässte sich neben sie und machte ein schuldbewusstes Gesicht es ist der wohl maverdienst dass wir nun hier sitzen hätte ich sie nicht gedrängt noch ein stück Richtung Süden zu wandern dann wären wir schon links auf der Hütten sie wollte noch etwas sagen aber in diesem Moment schlug genau über ihnen der Blitz in die Felsen sprengte einige morsche Partien des Gesteins ab und schickte mit Getöse eine Steinlawine talabwärts die Elfi zuckte furchtbar zusammen und presste sich schutzsuchend an ihren Begleiter als der Krach vorbei war schaute er sie ein wenig überrascht an seine braunen Augen verwirrten die Elfi und sie wollte sich errötend wieder von ihm lösen als er impulsiv ihr Gesicht in die Hände nahm und ihr einen zarten Busherre gab die Elfi wusste kaum wie ihr geschah aber sie genoss diese wundervollen Augenblicke doch unvermittelt gab ihr Begleiter sie wieder frei machte ein ziemlich zerknischtes Gesicht und bat nicht böse sein du hast ebenso weiter es dauerte nicht einmal eine Stunde bis die beiden Wanderer sich wieder auf den Weg machen konnten doch der Rückweg nahm wesentlich mehr Zeit in Anspruch als der Aufstieg denn vom Regen war der Boden nass und rutschig und man musste genau darauf bedacht sein seinen Fuß nicht auf die falsche Stelle zu setzen als Karimüller sich dann vor der Hütte von dem schönen Dirrenwill verabschiedete meinte er es war ein wunderschöner Ausflug trotz des Gewitters ich werde dieses Erlebnis bestimmt nie vergessen die Elfi lachte und dachte ich auch nicht dies ist sicher in Steinbach gab es auch eine kleine Polizeistation allerdings tat dort nur ein einziger Beamter seinen Dienst und dies war der Steiner Leudel den alle nur Bimber nannten der Bimber war nicht mehr der Jüngste er ging auf die 60 zu wurde schon arg vom Räumer gezwickt und jammerte den lieben langen Tag ach wär ich doch bloß so in Pension dann könnt mir ganz mal Hobby widmen der Imkerell Tja aber daran war lange noch nicht zu denken denn in Steinbach wollte niemand freiwillig seinen Dienst versehen in Steinbach war einfach nichts los da wurden über das Jahr höchstens ein Fahrrad oder ein paar Eier gestohlen der Bimber war ein geborener Steinbacher und fühlte sich dort ganz daheim an diesem Abend saß er in seinem kleinen Büro hinter dem Schreibtisch schmauchte einem Pfeifer und blätterte in einigen Akten seit dem Sparkassen Überfall im Bilch war es für den Bimber mit der geliebten Ruhe vorbei jetzt hatte er andauernd etwas zu tun was ihm gar nicht schmeckte gerade war er damit beschäftigt ein Schreiben seiner vorgesetzten Stelle zu studieren der Bimber hatte nämlich eine Personenanfrage nach Bilch geschickt und nun erfuhr er dass man dort im Computer keinen Verdächtigen auf den Namen Karl Müller führte die Kollegen wiesen ihn aber auf die Möglichkeit hin dass es sich dabei um einen Falschnamen handeln könne damit bin ich so dumm wie vorher beschwerte sich der Gendarm und heftete das Schreiben in einen Aktenordner ab zunächst hatte er die Anfrage gar nicht losschicken wollen aber weil der Ederer ihm ständig mit seinen Verdächtigungen gegen den Logikast vom Hinterleitner in den Ohren gelegen hatte hatte er schließlich doch nachgegeben der Bimberl der nicht sehr scharfsinnig war glaubte sowieso nicht dass der fremde Herr ein Krimineller war richtige Verbrecher stellte sich der Gendarm nämlich so vor wie man sie abends im Fernsehen in den Krimis sehen konnte mit einem waschechten Gauner hatte er es noch nie zu tun bekommen und er hoffte dass dies bis zu seiner Pensionierung auch so bleiben würde nach einer ganzen Weile erhob er sich schwerfällig stöhnte über seinen Räumer und wollte dann sein Büro absperren um noch auf einen Sprung ins Wirtshaus zu gehen da konnte er dem Ederer gleich seine verrückten Vorstellungen über den Fremden in der Hütte ausreden der Gendarme wollte eben das Licht in dem kleinen Raum ausdrehen als Umschlag öffnete schaute er kurz zur Tür hinaus aber die Dorfstraße war völlig leer wer immer dieses Schreiben unter der Tür durchgeschoben hatte war lange wieder verschwunden Bimberl nahm den Brieföffner schlitzte den Umschlag auf und förderte ein Blatt Papier hervor auf dem der Gendarme folgendes las Schauen Sie einmal bei der Rigipolt im Schuppen nach dort versteckt sich ein komisches Subjekt der Gendarme zog die Stirn entfalten und kratzte sich im Nacken was war denn das jetzt seit wann schrieben die Steinbacher denn anonyme Briefe oder sollte das leicht ein Ulk sein von ein paar Lausbuben ausgeheckt der Bimberl kam zu keinem Schluss also zog er seufzend und widerwillig seine Uniformjacke an setzte die Mütze auf und nahm eine starke Taschenlampe mit sich so bewaffnet machte er sich auf den Weg zum Haus der Redi Polt es war schon spät am Abend draußen herrschte Dunkelheit der Gendarme achtete darauf dass niemand ihn sah als er sich dem Haus der Witwe näherte er kannte sich in Steinbach auch mit verbundenen Augen aus und wusste genau wo in Steinbach er sich verstecken musste um zu sehen aber nicht gesehen zu werden neben der Hausecke von Riedis Nachbarin der Zinker Wilma die diesen anonymen Brief übrigens auch verfasst hatte bezog der Bimber Stellung seine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt die Zeit verstrich es wurde spät und später und da es die Kirchturm Uhr Mitternacht einläutete schminkte er sich den Besuch im Gasthaus ab das machte ihn auch nicht gerade fröhlicher bald handelte er wollte gerade nach Hause gehen als ihn ein Geräusch aufhorchen ließ mit einem Mal war der Bimber hellwach er wagte kaum seine Nasenspitze um die Hausecke zu strecken damit er nicht von demjenigen gesehen wurde der da nun herum schlich der Bimber lauschte atemlos mit einem leisen quietschen wurde der Riegel von Redis Schuppentur zugezogen dann öffnete sich die Tür zentimeterweise und schließlich trat eine dunkle Gestalt auf die Straße dem Bimber wurde der Mund ganz trocken und er vergaß für eine Weile sogar sein Rheuma das ist ja alles wie im Fernsehen der Mann hielt sich nahe der Hauswand er ging aber nicht weiter wie Bimber es vermutet hatte sondern verschwand nach wenigen Metern wieder verdutzt starrte der Gendarme auf die Stelle wo eben noch die Gestalt auszumachen gewesen war dadurch zuckte ihn eine Erkenntnis der Unbekannte war in Ridipols Haus eingedrungen dem Bimber wurde abwechselnd heiß und kalt wie es schien war er da einem Kapitalverbrechen auf der Spur und er war mittendrin ohne lange nachzudenken nahm er seine Dienstpistole aus dem Halfter und ging forschen Schrittes auf das Haus der Witwe zu das Bewusstsein heute Nacht vielleicht zu einem Helden zu werden verlieh dem Bimber übermenschliche Kräfte er malte sich schon die Schlagzeilen aus tapferer Polizist rettet arme Witwe aus den Klauen eines skrupellosen Verbrechers und auf der Titelseite ein großes Foto von ihm da würden die Leute aber staunen und selbst der Bürgermeister musste dann den Hut vor ihm ziehen Bimber hatte Ridipols Haus erreicht zuerst hatte er gegen die Tür pochen wollen aber nun hielt er es für besser den Täter zu überraschen er fiel nicht gleich mit der Tür ins Haus sondern schlicht zur Rückseite und betrat durch die Hintertür das Haus Bimber wusste dass die Witwe Polk diese Tür nicht abschloss auch wenn er ihr noch so oft geraten hatte das zu tun die Riedi hatte keine Angst vor Gangstern aber nun war sie doch das Opfer eines Verbrechens geworden mit entschlossener Miene schlich Bimber durch den dunklen Hausflur vor der Wohnstubentür blieb er stehen entsicherte die Dienstpistole und stürmte dann mit einem Schrei ins Zimmer was er dort sah war zunächst einmal schwer zu begreifen hatte der Bimber erwartet Riedi an einen Stuhl gefesselt zu finden so irrte er gewaltig die junge Witwe lag auf dem Sofa war Gewaltverbrecher gehalten hatte als die Riedi den Gendarm sah ließ sie einen schrillen schrei los stieß den Fremden von sich und verließ fluchtartig die Stube Bimber zu verdutzt um sie aufzuhalten stürzte sich nun auf den Einbrecher legte ihm Handschellen an und fragte erst gar nicht was der Mann denn hier überhaupt zu suchen hatte der Gendarm war so von seinem Erfolg war rasch dass er gar nicht recht wusste was er sagen sollte sein Gefangener meinte vor euch keberern ist man aber auch nirgendswo sicher selbst im kleinsten nest findet ihr einen der Bimber wurde hellhörig einem plötzlichen Impuls folgend fragte er wo haben sie das Geld versteckt verdammt im Schuppen ist noch fast alles da als Bimber mit seinem Fang das Haus verlassen wollte tauchte die rieh die wieder auf sie hatte sich ordentlich angezogen und fragte den Gendarmen atemlos ist dies aber brecher ich hätte es wissen sollen es hat man so gut mit sich kalt her gendarme woher hätte ich wissen so dass der her was ausgefressen hat ich bin doch bloß eine arme schwache Frau rief am nächsten abend der edre dem gendarmen zu dieser saß mit stolz geschwärter brust inmitten der männer runde im wirtshaus und ließ sich alles was er wusste mit vielen guten Worten aus der nase ziehen seit der etwas einfältige dorfpolizist am vorabend den sparkassen räuber von bilch dingfest gemacht hatte war er in steinbach tatsächlich zum helden aufgestiegen die kollegen aus der kreis stadt waren nach steinbach gekommen und der bimberl hatte sogar bei den vernehmungen dabei sein maß und stammberl fragte der hinterleitner und rief die bedienung der bimberl ließ sich das nicht zweimal sagen er kippte den enzian und nahm einen großen schluck bier bevor er mit seiner schilderung bekam eigentlich dürfte heute gar nicht erzählen aber wenn es morgen in den Zeitung steht mache ich mal eine Ausnahme er lächelte selbstgefällig der edra und sein spezel tauschten einen vielsagenden blick aus es ist herausgekommen dass der räuber adois helmer heißen tut und der kommt aus österreich er hat so eine lange Latte mit vorstrasen in brilch hat er die die Rigi Polt ja die Rigi ist doch schwanger und dieser Gauner behauptet der Vater des Kindes zu da die streitete die Rigi aber ab sie will auch nichts davon gewusst haben dass der helmer ein räuber ist und die Beute in ihrem Schuppen versteckt hat aber damit kommt die Rigi beim Kommissar Holz abfüllen nicht weiter es gibt nämlich eine Zeugin die beobachtet dass der Helmer Schusser warum Paderie die Aung aufgehen tut und wer ist die Zeugin wollte einer aus der Runde wissen vermutlich die Zinker Wilma Ridis Nachbarin schloss der Hinterleitner und erntete dafür einen ärgerlichen Blick vom Bimber an diesem Abend wurde es spät in der Wirtschaft Bimber beantwortete geduldig alle Fragen die an ihn gestellt wurden ließ sich dabei immer wieder etwas spendieren und war nicht mehr ganz sicher auf den Beinen als er endlich heimging Der Hinterleitner hatte sich schon früher verabschiedet Nachdem er die Wahrheit über die ehrenwerte Witwe Polt erfahren hatte wollte er der Elfi gleich alles erzählen Der Hotelier der Untert Tony und seiner angeblichen Untreue über die das ganze Dorf sprach litt Und jetzt wo klar war dass die Riedi ein ganz falsches Spiel gespielt hatte stand wohl einer Versöhnung der beiden nichts mehr im Wege Der Hinterleitner wünschte sich nämlich den Tony als Schwiegersohn auch wenn dieser keinen rechten Gefallen am Zechen fand Im Großen und Ganzen aber war der Förster ein patenter Bursch und der Anton wusste seine einzige Tochter bei ihm in guten Händen aber zuerst mussten sie sich ja wieder versöhnen und dazu wollte der Anton seinen Teil beitragen Als er heimkam fand der Anton seine Tochter in nachdenklicher Stimmung Elphi saß hinter dem Tresen in der Hotelhalle und kontrollierte einen Anmeldungszettel Sie schaute erst auf als der Vater sie ansprach Was hast denn Marl? Die Dame die heut bei uns abgestiegen ist weißt wer das ist Ja das ist die Vera Thurgau aus München Grünewald Ist die Dame prominent? Na das nicht direkt aber ihr Mann kennst nicht den Maximilian Thurgau den bekannten Krimi Autoren der schreibt auch für eine Serie im Fernsehen Nun schien es dem Hinterleitner zu dämmern Freilich Von dem hab ich schon gehört und dem seine Frau ist bei uns abgestiegen Wenn das so weiter geht dann werden wir noch ein ganz berühmtes Dorf Ich hab sie nicht erkannt und wir haben ja auch öfter feine Gäste Aber eins von den Stuben Madeln hat mir ein Bild in einer Illustrierten gezeigt Hier schau es dir einmal an Ihr Mann ist auch darauf abgebildet Der Hinterleitner kamte etwas umständlich seine Brille heraus setzte sie auf die Nase und nahm die Zeitung die seine Tochter ihm hinhielt Er schaute sich das Bild eine Weile an stutzte schaute genauer hin und rief dann aus Ja Vater er lässt sie sonst nicht fotografieren In der Zeitung steht dass er pressscheu ist und dass er sehr zurückgezogen lebt Dem Und was wir alles vermutet haben sogar er wird Bankräuber Na Och Elfie da wollte ich dir noch was erzählen Er begann zu berichten was der Bimber alles über die Riedipold und den Bankräuber gesagt hatte bemerkte dann aber dass seine Tochter gar nicht richtig zuhörte Sag einmal Madel bist vielleicht in den Fashionherren Thurgau verliebt Na ich ist Narrenvater Und wo ist die Frau Thurgau jetzt Sie ist auf der Hütten bei ihrem Mann Damit machte die Elfie auf dem Absatz kehrt und war im nächsten Moment hinter der Küchentür verschwunden Der Hinterleitner zog nachdenklich die Stirne entfalten und murmelte Ich glaub du bist doch ein bisschen verliebt Madel Eine Woche später fand im Festsaal vom Hinterleitner ein großes Dorffest statt Nach der Ankunft von Vera Thurgau die bald von einigen Steinbachern erkannt worden war verbreitete sich die wahre Identität des Einsiedlers wie ein Lauffeuer So viele Skandale und Neuigkeiten wie in diesem Herbst hatte es in Steinbach 20 Jahre nicht gegeben Es kam so weit dass sogar die Zinker Wilma sich Thurgau nahm den Rummel um seine Person mit Nachsicht hin denn so etwas war er ja gewöhnt schweren Herzens hatte er die Zenhütte verlassen und wohnte bis zu seiner bevorstehenden Abreise im Hotel Zum Hinterleitner sagte er Es waren herrliche Wochen dort oben Die Natur die Ruhe und nicht zuletzt die nette Gesellschaft ihrer Tochter Das waren die idealen Bedingungen um einen neuen Roman abzuschließen Was Sie haben dort oben gearbeitet Kommen denn in Ihren neuen Buch vielleicht auch ein paar Steinbacher vor Vielleicht das kann gut sein aber das müssen sie schon selbst herausfinden Und weil es mir so gut gefallen hat möchte ich mich entsprechend verabschieden und ein kleines Fest für alle Steinbacher geben Und so fuhr der Anton alles auf was Küche und Keller zu bieten hatten ließ ein köstliches kaltes Buffet aufbauen engagierte eine Tanzband und bot allen Altersstufen etwas nach ihrem Geschmack Das ganze Dorf hatte sich im Festsaal versammelt alle im Sonntagsstart und bester Laune Die Jungen tanzten die Alten saßen an den Tischen ließen sich die Köstlichkeiten munten die ihnen serviert wurden und hatten genügend Gesprächsstoff Neben dem Gastgeber und Ehrengast Maximilian Thurgau und seiner aparten Frau die an diesem Abend extra einen Dirndl trug das ihr ausgezeichnet stand war der Bimberer noch immer die Hauptperson Obwohl die Zeitungen den Fall weitlich ausgeschlachtet hatten so gab es doch noch immer manch pikantes Detail was der Dorfpolizist zum Besten geben konnte Es wurde ein gelungener Abend an dem sich alle amüsierten Nur zwei Gesichter blieben sehr ernst Der Tony saß den ganzen Abend an seinem Tisch war nicht zum Tanzen aufgelegt und starrte nur trübsinnig vor sich hin Nachdem ans Licht gekommen war wer der Vater von Ridipols Nachwuchs war hatte der Hörster gehofft dass die Elfi nun zu ihm kommen würde Zwar wusste er noch immer nicht zu sagen was in jener Nacht im Hause der Witwe geschehen war aber ihre Behauptung er sei der Kindsvater war eindeutig widerlegt worden Der Bankräuber Helmer der sich wohl einen Vorteil davon versprach hatte nämlich auf einem Vaterschaftstest bestanden Nun war die Redi nicht nur bloß gestellt worden und all ihre Lügen kamen ans Licht sie musste sich auch vor Gericht wegen Mitwisserschaft an dem Banküberfall und Beihilfe verantworten Die intrigante Witwe hatte es hart getroffen Der Toni gönnte es der Redi Eine Lektion konnte ihr nicht schaden denn sie hatte ihn sehr unglücklich gemacht Freuen konnte er sich über Redis Unglück aber nicht Er sehnte sich nur nach der Elfi Und da sie nicht den ersten Schritt tat war er der Meinung sie wolle ihn trotz allem nicht mehr Das tat dem Burschen sehr weh Die Elfi dachte an diesem Abend kaum an den Toni Ihr Traum von einer Romanze mit dem attraktiven Hütten Gast hatte einen gewaltigen Dämpfer bekommen und sie musste einsehen dass sie sich nur in etwas hineingeträumt hatte Das war eine bittere Enttäuschung für die Elfi Der Herr Thurgau hatte sie wohl nur als nette kleine Bedienung angesehen und mit ihren Gefühlen gespielt Das war bitter Die Elfi wäre dem Fest am liebsten fern geblieben aber ihr Vater hatte darauf bestanden dass sie sich dort zeigte Was macht denn das für Eindruck wenn es einfach in deine Stube gehst und dort schmolzt Also war sie widerwillig dazu bereit gewesen den der schönen und weltgewandten Frau des Autors wie ein dummes Huhn vorgekommen Als Maximilian dann auf sie zusteuerte konnte Elfi es aber nicht verhindern dass ihr Herz schneller schlug Zu fesch schaute er in seinem dunklen Trachtenanzug aus und als er sie anblickte da bekam sie ganz weiche Knie Elfi ich hoffe du bist mir nicht bös wegen des Versteckspiel Na freilie nicht Sie in ihren Augen geschrieben das merkte der Autor natürlich ohne dass Elfi zum Nachdenken kam nahm er einfach ihre Hand und meinte fröhlich komm zum Abschied wollen wir noch einmal miteinander tanzen so wie an dem schönen Abend in Garnisch die Hoteliers Tochter wollte protestieren sie spürte die neugierigen Blicke der Umstehenden bemerkte auch dass Vera Thurgau sie fragend musterte was mochten die Leute nun denken Maximilian schien dies einer zu sein er nahm sie einfach in die Arme und wenig später drehten sie sich im Balz ertakt die Elfi blickte wohl noch immer recht verwirrt rein denn der Autor lachte verschmitzt und meinte sie sagte nichts und er spürte dass ihr Herz recht schwer war dem Maximilian ging es ja nicht anders ihm war das ewige Versteckspiel schon zuwider gewesen und er war sich richtig schlecht vorgekommen als er der Elfi nicht die Wahrheit über sich gesagt hatte aber es waren einfach zu schöne Wochen gewesen in Steinbach als ganz normaler Urlauber in so lieblicher Gesellschaft ich hoffe du behältst unsere gemeinsame Zeit trotzdem in guter Erinnerung ich meine auch wenn ich dir etwas angeschwindelt hob dies allein ist es ja nicht gewesen ich weiß Elfi aber schau wenn ich jetzt fort fahr dann ist doch dein Leben wieder in bester Ordnung nicht nicht ist in Ordnung ach das ist es denn da hinten am Tisch sitzt der Bursch zu dem du gehörst sie nur hin wie traurig er ausschaut nur widerwillig folgte sie der Aufforderung ja da saß er der Toni und senkte den Blick weil sie ihn anschaute na Elfi hab ich nicht recht frag du mal das Herz dann wirst du schon erfahren Elfi atmete tief durch und es gelang ihr ein kleines lächeln das entzückte den Maximilian ganz besonders so soll es sein da Augen die strahlen wie zwei glitzernde Berg sehen das brachte die Elfi nun zum lachen und ihr begleiter stimmte mit ein die umstehenden wunderten sich schon worüber der prominente Autor und die Tochter vom Hinterleitner denn sich so amüsierten der Toni aber stand auf und ging er konnte es nicht mehr länger ertragen die Elfi so wie er glaubte verliebt und glücklich in den Armen eines anderen zu sehen der Maximilian aber suchte Elfis Blick und bat wird glücklich mit der Toni Elfi und dies musst mir versprechen was denn wenn der erste kleine Förster da ist dann schreib es mir ich möchte nämlich gern der Batenonkel werden von dem Erstgeborenen ein Vierteljahr war vergangen der Winter hatte Einzug gehalten im Steinbachtal und damit auch die Skisaison die Hotels füllten sich und mit dem ersten Schnee wurden auch die Skilifts und Pisten wieder interessant die Elfi kam zu dieser Zeit im Jahr kaum zum Nachdenken vor lauter Arbeit manches Mal stand sie aber trotzdem in Gedanken versunken vor einem Fenster und blickte zu der Sennenhütte hinauf die nun verlassen und einsam abseits der Skipisten stand seit der Abreise von Maximilian Thurgau hatte die Hotelierstochter den Toni kaum noch gesehen es schien ihr als ginge er ihr extra aus dem Weg und malte ihre Gesellschaft der Elfi tat das weh war sie ihm denn einerlei dabei gab es doch eigentlich gar nichts trennendes mehr zwischen den beiden nachdem der Bankräuber verurteilt worden Ort zur Welt zu bringen wo keiner ihre Geschichte kannte aber die Redi hatte Steinbach auch nicht verlassen ohne sich zuvor von der Elfi zu verabschieden und dieses Verhalten hatte einen bestimmten Grund die Poltwitwe hatte nämlich das Gefühl der Elfi noch etwas zu schulden und sie wollte nicht fortgehen ehe diese Schuld abgetragen war so kam es dass die Riedi eines tages vor ihrer ehemaligen Freundin stand es tut mir sehr leid Elfi ich hab ja Freundin sein wollen aber das war nicht möglich weil ich den Tony so geliebt hab mit allen mit ich ihn einfangen weißt in jener Nacht ist zwischen uns gar nichts geschehen ich hab den Tony nur aufgelesen als er sich vor Liebeskummer betrunken hatte und nicht mehr wusste wo unten und oben ist und das als gefallen vor lauter Freude und Erleichterung seither grübelte das Madel wie es sich wieder mit dem Tony versöhnen sollte denn der stellte sich ja gar zu damisch an und die Elfi konnte doch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen Weihnachten rückte immer näher in den vergangenen Jahren hatten die Elfi und der Anton dieses Fest stets allein in stiller Besinnung verbracht in diesem Jahr aber wollte der Hotelier das nicht zulassen er gab eine große Weihnachtsparty für die Gäste und bestand darauf selbst alles zu organisieren sicher wird dir einfallen was du am heiligen Abend dust sagte er zu Elfi und schaute sie verschmitzt an das Madel musste lachen und gab seinem Vater ein dickes Busserl und so kam es dass die Elfi am späten Abend einen Weidenkorb nahm ihn mit Kuchen kaltem Braten Wein und allerlei anderen guten Sachen füllte noch dazu Weihnachtsplätzchen und kandierte Äpfel hinein stopfte und sich wenig später mit ihrer köstlichen Fracht auf dem Weg zum Forsthaus machte es war eine bitterkalte Nacht der Schnee türmte sich hoch auf am Wegesrand und glitzerte mit den Sternen und der Mond sichel um die Wette mitten auf dem ein starker Baum dafür geopfert Elphie warf einen kurzen Blick auf den funkelnden Baum und lenkte ihre Schritte dann auf das am Ortsrand gelegene Haus Der Toni war da Das erkannte Elphie an dem schwachen Lichtschein der zwischen den Gardinen hindurch schimmerte Sie drückte energisch den Klingelknopf und musste nicht lange warten Gleich darauf wurde die Tür geöffnet und der Toni starrte sie an wie ein Weihnachtsengel Grüß die Toni sagte die Elphie lächelte ihm entgegen und bat Lass mich hinein es ist arg kalt hier draußen Er machte rasch einen Schritt beiseite und schaute sie noch immer ungläubig an Sie brachte den frischen Duft des Winters mit sich und da wurde dem Burschen bewusst dass er nicht träumte sondern dass die Elphie leibhaftig bei ihm war Er lächelte mühsam Ja Elphie schön dass du mir besuchen kommst auf der Hütten aber du wärst enttäuscht weil es bei mir gar nicht nach Weihnachten ausschaut Elphie hatte den dicken Wollmantel abgelegt und betrat nun die Stube Na Weihnachten schaust nicht aus ein Förster der nicht mal Weihnachtsbaum hat den gibst wohl sonst auch nirgends auf der Welt Mir war heuer nicht noch Jetzt hast a Gast Ich mach dir a Vorschlag Toni Wagner Du gehst in den Forst und schlägst uns a kleine Tamm Die schmücken wir dann zusammen und danach lassen wir uns schmecken was ich mitgebracht hab und dann gehen wir zusammen in die Mitternachtsmette Was hältst du davon Toni Dem Toni stand der Mund offen vor lauter Verwunderung Wie lange hatte er sich nach der Elphie gesehnt Wie lange hatte er sie schmerzlich vermisst Und nun am heiligen Abend stand sie plötzlich in seiner Stube und es war als hätte es nie etwas Trennendes zwischen ihnen gegeben Dem Toni schlug das Herz bis zum Hals Ich bin schon unterwegs Ich komme gleich wieder Im nächsten Moment war er verschwunden Die Elphie lächelte zufrieden Sie fühlte eine tiefe Glückseligkeit in ihrem Herzen und wusste dass der Maximilian recht gehabt hatte Sie und der Toni gehörten zusammen Nicht einmal eine halbe Stunde später kehrte der junge Förster mit einem Bäumchen zurück das wunderbar nach Harz duftete Gemeinsam wurde die kleine Fichte geschmückt Dabei warf der Toni seinem Madel immer wieder heimliche Blicke zu so als könne er gar nicht fassen dass die Elphie tatsächlich bei ihm war Als Toni gesellte sich zu ihr und meinte schön nicht war Ja Toni jetzt schaut es doch gleich nur Weihnachten aus Ihre Blicke begegneten sich und beiden klopfte das Herz mit einem Mal wieder so heftig wie bei ihrem ersten Busherr Toni ihr habt ihr was zu sagen Aber das wollte der Bursch gar nicht hören er zog sie geschwind in die Arme und verschloss ihren Mund mit einem Lösung aus der langen Zeit der unerfüllten Sehnsucht von Einsamkeit und von Zweifel wieder spürten der Toni und die Elphi dieses starke Band der Liebe das sie verband als sich ihre Lippen voneinander lösten schmiegte sich die Elphi wortlos in die Arme ihres Burschen und lauschte still auf den Schlag seines Herzens hier bin ihr daheim ging es ihr durch den Sinn und die Liebe die Elphi für den Toni empfand machte sie wunschlos glücklich was hast du mir noch sagen wollen Elphi die Riedi war bei mir bevor sie fortgegangen ist und sie hat mir gebeichtet was in jener Nacht zwischen ihr und dir passiert ist das Gesicht des jungen Försters verfinsterte sich als er den Namen Riedi hörte er brachte die Erinnerung an die schlimmste Zeit seines Lebens zurück die ihm noch immer wie ein Albtraum erschien und was hat sie gesagt Elphi machte eine Pause sie wollte ihn noch ein wenig schmoren lassen bevor sie ihn verriet nichts ist gewesen gar nichts sie deutete auf ihr herz aber als es dann hieß die Rede sei in der Hoffnung ja was hätte ich da noch denken soll die Erleichterung war dem Burschen ins Gesicht geschrieben als er rief er nahm sie wieder in die Arme und hielt sie ganz fest er gab ihr noch ein Busser er nickte gab sie frei und sie ging daran den Tisch zu decken als alles fertig war zündete die Elphi noch die Kerzen auf dem Weihnachtsbaum an und rief dann den Toni zum Tisch dieser machte auf einmal ein ganz geheimnisvolles Gesicht was hast wollte die Elphi von ihm wissen als er die Hände hinter dem Rücken versteckte er lachte und seine blauen Augen glitzerten heutz ist Weihnachten Elphi ich dacht erst ich hätte kein Geschenk für die bis mir einfiel dass ich doch eins top ehe sie etwas sagen konnte hatte er ihre rechte genommen und schob den schmarrnen rubinenring der bereits schon einmal ihr heiratsversprechen besiegelt hatte an ihren finger die Elphi schaute gerührt auf das funkelnde schmuckstück und Elphi damit du mir nimmer aus kommst kaufen wir schon gleich nach Weihnachten einen goldenen für die ewigkeit mein Toni war das etwa ein heiratsantrag ja freilich geheiratet wird so schnell wie möglich ich will die nicht wieder so am berühmten künstler wie den herrn turgau verlieren sie lächelte verschmitzt bist vielleicht noch immer eifersüchtig auf die Maximilian das muss dir schnell sein Patenonkel drauf bestehen tut nun hatte der Toni verstanden er nahm die Elphi in die Arme und murmelte ja dann tun wir dem Patenonkel den gefallen nach dem essen brach das junge Paar in die Kirche auf am heiligen Abend strömten auch viele Touristen in die Mitternachts Mette so war das kleine Gotteshaus von Steinbach bis auf den letzten Platz besetzt der Toni und die Elphi fanden in einer hinteren Bankreihe Platz sie hatten nur Augen füreinander und hielten sich stumm bei den Händen dem Burschen erschienen diese Momente wie ein schöner Traum ganz fest hielt er die Hand seines geliebten Madels dass er nie im Leben wieder loslassen wollte die kalte klare Luft in der Kirche war vom Duft des Weihrauchs erfüllt und das alte Gotteshaus heilte wieder von den Gebeten und den alten Weihnachtsliedern die die Menschen hier seit langer Zeit sangen nie aber waren sie der Elfi so andächtig erschienen wie in dieser heiligen Nacht sie blickte von Zeit zu Zeit zum Toni und lächelte ihm zu ihre Blicke sagten mehr als Worte und als das junge Paar nach dem Gottesdienst in die kalte Winternacht hinaustrat da war es beiden als gingen sie den auf den wollen le we we Untertitelung des ZDF, 2020